Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 336. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der ehrenwerte Herr Marvin. Hallo, hallo. Der wunderbare Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und später folgt noch der einzigartige Herr Basti, der ist noch auf dem Nachhauseweg, den holen wir dann aber hier auch gleich noch mit rein. Ja, es ist wieder Dienstag, es ist dunkel draußen, es ist kalt draußen und wir wollen über die Eintracht reden. Und wir fangen natürlich mit dem Spiel vom vergangenen Wochenende an, in dem wir wunderbar erwärmende, helle neun Minuten hatten, in dem wir drei Tore gemacht haben. Ja, und der Rest, der war so semi, würde ich jetzt mal sagen. Wie war denn so euer Eindruck von dem Spiel, Dennis? Ja, schwierig ins Spiel reingekommen. Freiburg hat am Anfang wirklich viele Chancen sich erspielt. Da war es im Endeffekt eigentlich wirklich so, dass man sagen kann, okay, nicht jetzt unbedingt was Zwingendes, aber trotzdem, ja, wirklich schwierig ins Spiel reingekommen. Und dann natürlich, du hast es schon angesprochen, die überragenden neun Minuten, das ist natürlich dann sehr, sehr schön gewesen. Aber das hat einem schon ein bisschen zu denken gegeben und so ein bisschen, ja, es war so ein bisschen stotteriger Start, würde ich sagen. Marvin, denk mal, ob ihr ein ähnliches Gefühl gehabt habt. Ja, ja, wobei dieser ganz krasse Negativ-Trend, den einige so, also was heißt Negativ-Trend, den einige so ein bisschen mehr gesehen haben, habe ich schon gedacht, naja, gut. So ganz so schlimm fand ich es nicht, weißt du? Also ich fand schon, dass die Eintracht da war, präsent war, aber was halt bemängelt werden kann, ist natürlich die Tatsache, dass die Freiburger relativ oft zu Chancen gekommen sind und gar nicht so dramatisch zu Chancen, aber die das Spiel schon ein bisschen auch mitgestaltet haben und die Eintracht auch nicht immer genau wusste, wie sie zu stehen hat. Es ist nichts hundertprozentiges Gefährliches gewesen, aber die Eintracht hat selbst das eigene Aufbauspiel nicht so konstruieren können, wie man sich im Optimalfall vorstellt, wobei man auch hier dazu sagen muss, die Eintracht muss erst mal aus der Winterpause zurück ins Spiel finden und da muss man ihr vielleicht auch ein paar Möglichkeiten geben. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass das Pressing nicht so forciert wurde, wie ich es mir im Optimalfall einfach vorstelle. Vielleicht war das auch mit so, der Druck, dass Freiburg doch zu relativ vielen Torchancen gekommen sind, die jetzt zwar alle nicht so unbedingt zwingend waren, aber auch ein Großteil von den Schüssen, die sie abgegeben haben, waren halt zumindest auch schon im Sechzehner oder zumindest sehr stark an der Grenze. Also sie haben es zumindest immer wieder durch unsere Abwehr hindurch geschafft, in vielleicht potenziell sinnvolle oder gefährliche Positionen zu kommen. Sie haben halt am Ende dann auch wenig gemacht. Ich meine, ich gehe deiner Meinung da durchaus mit, Marvin. Es war jetzt auch nicht so, dass wir uns immens anstrengen mussten. Also auch mit dem nicht vorhandenen Pressing und dem nicht vorhandenen oder selten vorhandenen Aufbauspiel haben wir das Ding am Ende 3-1, glaube ich, relativ ungefähr da über die Bühne gebracht. Ja, das ist es. Also, ja, Dennis? Was mir halt so ein bisschen bitter aufgestoßen hat, die Tore, die wir eigentlich uns erspielt haben, das war natürlich mit dem ersten Tor, ich weiß nicht, ob es so gewollt war, auch diese Freistoßvariante, das ist ja schon die Eckballvariante, einfach mal, es war mal wieder was Neues. Ich weiß nicht, ob es so eingestudiert war, weil im Endeffekt ja viel vorher auch nicht so wirklich zusammengepasst hatte bei den Standards. Vielleicht war es eine neue Variante und wir können wirklich darauf aufbauen. Auf der anderen Seite natürlich dann noch der Treffer von Rebic, der natürlich überrat war, aber auch natürlich nur funktioniert, weil der Gegner im Endeffekt viel zu weit weg vom Mann steht. Und dann das dritte Tor, der Fehler von, ich weiß gar nicht, wie der Spieler von Freiburg heißt, aber, Koch, danke, das ist natürlich schon was, es ist, ich hätte mir noch ein bisschen dann auch hinten raus, wir haben so viele Chancen noch gehabt, auch tolle rausgespielte Bälle, auch der Ball von Kostic dann am Ende, der kläglichst, kläglichst vorbeigespielt wird, in der letzten Minute war das, glaube ich. Da hattest du so viel, also das ist der Punkt, den kann man wirklich, und da gibt es, glaube ich, auch wenig drumherum angreifen, dieses ganze Thema der Effektivität, was wir in den letzten Spielen immer so hoch gelobt haben, dass die Eintracht mit ihren Chancen so hoch effektiv ist. Wir hatten den, noch einen Schuss von Rebic, der ganz knapp am Tor vorbeiging, wir hatten diesen Seitfalls hier von Kostic, den er aus kürzester Entfernung irgendwie 43 Meter übers Tor zimmert, was wirklich eigentlich schwieriger war, das Ding da irgendwie drüber zu legen, als rein. Ich glaube, wir hatten auch noch eine Chance von Haller, also, wenn du das mal zusammenrechnest, hätten wir am Ende eigentlich 7-0 da rausgehen müssen, und da ist das Tor von Willems, was nicht gegeben wurde, wo man auch drüber diskutieren kann, noch gar nicht mit drin, also die Effektivität, die war an dem Tag halt wirklich ganz grauslich, aber zum Thema Effektivität kann der Basti bestimmt was sagen, der ist nämlich mittlerweile da. Guten Tag. Gude und Grüße. Gude, Gude. Effektivität, Herr Basti, was sagen Sie dann? Ja, das ist aber, ja, das muss aber eigentlich was trennen bei dem Spiel, weil erste Halbzeit war es ja brutal gut, was die Effektivität betrifft, also. Ja, das ist richtig, also da hatten wir halt wirklich so die zwei Seiten. Du hast ja das Spiel, eigentlich hat die Eintracht das Spiel in der ersten Halbzeit schon gewonnen, brutal effektiv. Ja, und bei der zweiten Halbzeit hast du recht, ich bin aber fast am Ende, natürlich kann man es leicht sagen, wenn man gewonnen hat, fast ein bisschen froh, weil die Eintracht schon irgendwann in der Hinrunde in so einer Phase war, wo wir fast alles getroffen haben, und das ist dann quasi auch ein bisschen unnatürlich, ich weiß ja, was ich meine, dann weißt du, das wird sich irgendwann wieder ausgleichen. Dann wirst du wieder mehr Chancen vergeben. Dann gerne, wenn wir 3-1 gewonnen haben, ne? Genau, aber die Sache ist, solange wir genug Chancen haben, ist alles in Ordnung, glaube ich. Ich glaube, wirklich schlimm wird es wirklich nicht, wenn du Chancen vergibst, sondern wenn du keine mehr hast, und das ist, glaube ich, die größte Alarmglocke. Und so, gerade Dennis hat es gesagt, wenn du 3-1 gewinnst, kann ich da mit leben, weil es ja so krass brenzlig auch nicht mehr geworden ist. Das ist genau der Punkt. Es ist gut, dass wir die Chancen erarbeiten, trotzdem musst du in einem anderen Umfeld diese Chancen auch nutzen, also gerade wenn es gegen andere Gegner geht. Freiburg hat jetzt auch nicht total viele Chancen erarbeitet, aber, und was mich halt einfach daran ärgert, ist die Tatsache, wenn du nach dem 3-1 Gegentor dann auch konsequent deine Chancen, die du dir selbst erarbeitest, wieder nutzt, Bei dem 4-1 brauchst du überhaupt gar nicht mehr zittern. Ich weiß, das ist ein typisches Leiden der Eintracht-Fans und ich bin ganz arg betroffen davon. Denn denkst du, ich bin bei einem 3-1 ruhig? Auf gar keinen Fall. Bis zur 85. Minute bin ich ein nervliches Wrack. Überhaupt nicht bin ich ruhig. Erst bei einer 85. Minute oder wenn ein 4-1 gefallen wäre, da wäre ich ruhig gewesen, weil dann hättest du die kleine lodernde Flamme des SC Freiburg sofort zum Erlischen bringen können. Das haben wir nicht gemacht und deswegen ist es unnötig, dass wir unnötig zittern müssen. Fand ich ein bisschen ärgerlich. Ist natürlich, ja, Kritik, die man nicht unbedingt anbringen muss, aber wir reden hier natürlich über das Optimalziel und das ist nicht erfüllt worden. Aber ganz ehrlich, die Eintracht hat drei Punkte erzielt bei dem Aufwärtstakt in die Rückrunde. Hätte jetzt auch schlimmer laufen können. Das ist in der Tat richtig. Wie hat euch denn Sebastian Rode gefallen? Danke, da wollte ich jetzt auch gerade hin. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass wir letzte Woche über die Aufstellung diskutiert haben. Ich gesagt habe, Rode spielt von Anfang an und zwei Herren, die heute auch anwesend sind, gesagt haben, so, oh, nö, weiß ich nicht, nur weil er die beste Vorrunde gespielt hat. Ja, danke. Okay. Ich fand ihn gut. Er war gut in den Zweikämpfen. Er hat viel gemacht. War für mich so in dem Mittelfeld auch der, der so ein bisschen da herausgestochen ist, weil ansonsten fand ich das Mittelfeld, muss man auch sagen, in dem Spiel so ein bisschen farblos, würde ich es jetzt nennen. Ja, gerade im Vergleich zu Fernandes natürlich wirklich eine ordentliche Niveau Steigerung auch an der Stelle. Also hat mir auch gut gefallen. Deshalb denke ich, weil viele haben gesagt, ja, kann man jetzt noch nicht so sagen. Erstes Spiel natürlich, das stimmt. Aber der Eindruck, also ich fand, er kann uns eventuell, wenn er natürlich die Leistung auch immer so abrufen kann, kann er auf jeden Fall da eine ordentliche Steigerung nochmal im Mittelfeld bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es sein erstes Spiel seit langer Zeit war, fand ich das sogar besser als erwartet. Also vielleicht sollte man diese Leistung sogar höher bewerten als von jemandem, der eh im Spielbetrieb ist, der eh regelmäßig vielleicht, sei es in der Zweiten Liga oder auch woanders irgendwie Spiele gemacht hat. Ich finde, Rode hat ein sehr ordentliches Comeback geliefert, hat seine Ansätze gezeigt. Und für mich ist es ganz wichtig zu sehen, dass er auch beim 1-0 die Vorlage irgendwie so ein bisschen gegeben hat. Er war sehr wuselig, offensiv und daran muss er ja weiterarbeiten. Und dann aber auch für das Team kann es sehr, sehr von Vorteil sein, wenn er sich so einschaltet. Er war für mich ein bisschen konsequenter in der Offensivbewegung sogar als der Guzman. Aber vielleicht habe ich den da nicht so auf dem Schirm wie Rode, den ich ganz genau mir angeguckt habe. Ich finde auch, Marvin hat das Wichtigste gesagt, das ist halt einfach sein erstes Spiel. Und nach diesen ganzen Rufen, die es dann gab nach seiner Verpflichtung, die hat er schon so ein bisschen verstummen lassen. Weil wir waren ja gar nicht so skeptisch wie der größere Teil der Fans, glaube ich. Also wir haben ja gesagt, äh, gucken wir mal. Aber viele haben ja gesagt, boah, der hat da fast zwei Jahre nicht gespielt, der ist immer verletzt, das ist ein bla bla bla, hat es da nicht geschafft und hier und da. Also dafür war es schon echt gut. Also wenn es das erste Spiel, und wir können ja auch nicht zu viel erwarten beim ersten Spiel, gerade bei so einem Spiel, wo es bei der Eintracht eh nicht läuft, das darf man auch nicht vergessen. Also er ist ja nicht derjenige, der dann auf den Platz kommt. Und wenn es in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde bei der gesamten Mannschaft nicht so gut läuft, dann kann man ja nicht erwarten, dass er dann noch weiter heraussticht. Trotzdem hat er das an gewissen Stellen getan. Also ich glaube, wenn die Maschine Eintracht weiterläuft und er ein Teil davon ist, dann kann das echt gut werden. Also er ist auf jeden Fall ein Mittelfeldspieler, wenn er fit bleibt, dass die sehr, sehr gut gebrauchen können. Toro hat, glaube ich, auch schon wieder Einzeltraining gemacht. Und wenn du irgendwie Mittelfeld stellen kannst mit der Gussemann, der dann vielleicht auch wieder ein bisschen besser drauf ist, neben ihm Rode oder Toro und Rode, wenn es ein bisschen defensiver sein soll, dann ist das schon in Ordnung. Das war eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung. Und ich hoffe einfach, dass er fit bleibt und das irgendwie kompensieren kann. Menschlich gesehen ist es, glaube ich, ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, der wurde gut aufgenommen und er ist auch wirklich kein schwieriger Charakter, um ihn zu integrieren. Also das ist, glaube ich, gerade wenn du in eine funktionierende Mannschaft kommst, sehr, sehr wichtig, dass du kein Typ bist, der da irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, kommst dahin, sagst, ich habe Bayern Doppel gespielt, was wollte ich, bla, bla, sondern bodenständiger Typ. Da wird die anderen, die sich da vielleicht was erarbeitet haben, nicht nerven, weil ich glaube, wenn du jetzt ein Spieler bist, der da mitgearbeitet hat, dass es so gut bei der Eintracht läuft, der durch diese Euroleague-Saison spaziert ist und dann kommt ein Neuer, der deinen Platz kriegt, dann ist es schon, glaube ich, wichtig, dass der Neue wenigstens einigermaßen sympathisch ist. Ich glaube, wenn es dann irgendwie so ein unsympathisches Spiel ist, dann gibt es schneller Unruhe, wenn irgendeiner den Platz einnimmt und irgendwelche, keine Ahnung, also wenn Rode jetzt in Donetsk spielt, das hat er sich ja eigentlich nicht mit erarbeitet. Da ist es wichtig, dass er eigentlich so ein angenehmer Typ ist. Also ich bin weiterhin, ich war es von vornherein überzeugt von der Verpflichtung und hoffe, dass das die Richtung weitergeht. Der Vorteil ist halt da, dass er auf jeden Fall jemand sein wird, der sich in den Dienst der Mannschaft stellen wird, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich denke, dass er auch seine Chance bei der Eintracht nochmal suchen will. Er will sich da nochmal anbieten und die Eintracht hat ihn ja lange genug jetzt auch schon beobachtet. Sie haben ja selbst gemeint, sie hätten im Sommer schon kurz davor gestanden, ihn zu verpflichten. Da haben die Rahmenbedingungen nicht gestimmt. Jetzt hat man den Schritt gemacht. Ich glaube, sie denken sich dabei etwas und die Eintracht hat es schon öfter gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, Verpflichtungen irgendwie ein bisschen aus dem Nichts zu tätigen, die dann erfolgreich einschlagen. Das wissen wir alle. Ich denke, wir müssen ihm die Chance geben und bislang zahlt er Stück für Stück zurück. Jetzt würde mich noch interessieren, was ist denn eure Meinung zu dem nicht gegebenen 4-1 von Willems? So wie ich das verstanden habe, ist es ja zurückgenommen worden nach dem Einsatz des Freundes aus Köln, weil Rebic ein Offensiv-Foul in diesem, ich springe hoch, spielt den Ball mit der Hacke weiter, weil er da irgendwie den Gegenspieler mit dem Unterarm im Gesicht berührte. Eure Meinung? Also im Stadion, muss ich sagen, fand ich das sehr befremdlich. Ich habe mir das da nicht nochmal angeguckt, aber ich war verständlicherweise einigermaßen echauffiert darüber. Denn für mich war es jetzt von dem, was ich gesehen habe, so, dass der Spieler, weswegen halt das dann passiert ist, überhaupt gar nicht direkt beteiligt war. Du hast ja eben schon ein bisschen aufgeklärt, aber ich habe gedacht, Alter, das ist ein normales Tor, was ist denn los? Willems hat gar nichts gemacht. Weiß nicht, wie siehst du denn das dann im Endeffekt? Also ich meine, du hast es am Fernseher verfolgt. Ich habe es am Fernseher verfolgt. Ich habe da keinen Offensiv-Foul gesehen. Ich sehe es auch heute nicht. Ja, er springt hoch. Ja, der Unterarm ist dann zwangsläufig auf Höhe des Gesichts, weil er halt einfach hoch springt. Da war jetzt kein harter Kontakt. Der ist nicht irgendwie zwei Meter weiter geflogen. Der hat sich nicht Nehmer-Style eine Viertelstunde über den Boden gerollt. Also mein Gott, Fußball ist halt immer noch ein Kontaktsport. Also mein Gott. Da gab es nicht wieder für die Schiedsrichter zur Winterpause eine, was sie alles etwas härter und etwas konsequenter pfeifen sollen. Ich glaube, gerade diese Arme im Gesicht, am Hals und so weiter, soll da glaube ich etwas konsequenter wieder durchgesetzt werden. Und dann ist es wieder leider Gottes richtig. Ich finde es auch eher lächerlich. Ich habe es mir auch noch mal in der Wiederholung angeschaut. Ja, aber das ist natürlich schon so eine Frage. Musst du das pfeifen? Aber gut. Also wenn die das jetzt konsequenter umsetzen, dass die, wenn Hände im Gesicht sind, stärker bestrafen, dann spielt Ribéry in der Rückrunde keine einzige Minute. Ja, stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke da gar nicht mehr durch jetzt, was diesen Videobeweis betrifft. Weil irgendwie wird auch gefühlt jede Halbserie was geändert. Der Denz hat gesagt, jetzt wurde im Winter schon wieder irgendwas angewiesen. Da wird was angewiesen, bla bla bla. Hat der Schiedsrichter das dann scheinbar gar nicht gesehen? Sehe ich das richtig? Weil das ist ja eigentlich dann Voraussetzung, oder nicht? Naja, es gibt ja, so wie ich das ja mittlerweile bei 390, nee, bei 390, Entschuldigung, ich komme schon durcheinander. Bei Colinas Erben nochmal in der letzten Folge so ein Stück weit, mir zumindest bislang angehört habe, gibt es ja neben der klaren Fehlentscheidung noch einen zweiten Grund des Einschreitens des Video Assistant Referee, nämlich dann, wenn eine nicht gesehene Unsportlichkeit oder Tätlichkeit entsteht. Genau, aber darüber reden wir ja nicht. Aber die Sache ist, hat der Schiedsrichter diese Szene gesehen? Ja, muss er ja. Hätte er sie gesehen, hätte er sie bewertet und dann hätte er nicht eingreifen dürfen. Ich bin schon beid, ich weiß, was du meinst. Den Vergleich, den ich jetzt aufmachen will, jetzt zu dem Hertha-Spiel, als wir in Berlin gespielt haben, dieser ganz klare Elfmeter, wo mir danach wirklich viele Leute, also das war ja scheinbar sogar regelkonform, dass das nicht eingegriffen wurde, weil der Schiedsrichter die Szene bewertet hatte. Genau. Da hieß es ja, da darf der VAR nicht mehr eingreifen, weil die Eingriffsschwelle höher ist. Ja, und warum ist sie jetzt da wieder? Also versteht's? Mir fehlt einfach die Vergleichbarkeit zu sagen, okay, ich kann das als gerecht und ungerecht empfinden, weil der Elfmeter in Berlin nicht gegeben wird, weil er da drauf schaut, dann dürfte dieses Tor, müsste dann auch gegeben werden, weil er ja scheinbar dann bei der Spielsituation ist. Es gibt ja in dem Fall, normalerweise, nach meinem Verständnis, im laufenden Spielbetrieb meldet er sich dann, wenn entweder eine klare Fehlentscheidung vorliegt oder es eben diese Tätlichkeit gab. In dem Moment, wo ein Tor fällt, wird's sowieso überprüft. Wird immer überprüft, genau. So, das heißt, in dem Fall ist das Einschreiten nicht durch Fehlentscheidung und Ding, sondern da war einfach der Fall Tor, das heißt, er überprüft und hat dann von sich aus gesagt, so, Moment, für mich, Offensivfoul, geh nochmal raus, guck's dir nochmal an. Kann er ja machen. Warum der Schiedsrichter dann auf einmal zu einer anderen Entscheidung kommt, das ist mir ein Rätsel, weil ich seh's halt nach wie vor nicht. Das ist für mich kein ahndungswürdiges Offensivfoul, da gab's ganz andere Dinge. Okay, das heißt? Bei jedem Tor wird überprüft. Okay, das heißt, das ist dann der Unterschied zu der Jovic-Szene. Das ist der Unterschied zu der Jovic-Szene. Und da wird, eine Elfmeter-Szene wird nicht zwangsläufig überprüft, die wird nur überprüft, wenn man das Gefühl hat, der hat es gar nicht gesehen und oder will selber, fragt selber nach. Ja. Okay, das heißt. Genau, aber in dem Moment, wo Tor ist, wird immer überprüft. Ob Abseits, ob Offensivfoul, ob Stein im Schuh, whatever. Es ist leichter zu diskutieren wirklich, wenn man 3-1 verloren hat, weil ich merke, das nervt mich trotzdem so auch schon. Ja, gut, das ist klar. Aber ich meine, die Diskussion über die Regeln... Da muss echt was getan werden damit, weil Marvin hat's ja, gesagt, im Stadion ist ja noch mal was anderes. Wir reden ja jetzt hier aus der Sicht von dir, vom Fernseher. Du kannst uns das beantworten jetzt. Aber das haben wir im Stadion ja gar nicht. Da raffst du ja nichts. Also wirklich, das muss irgendwie gemacht werden. Das ist keine Ahnung, in letzter Zeit guck ich ein bisschen NFL. Da wird wenigstens per Headset erklärt. Hier, das und das wurde überprüft. Dann sagen die entweder Ruling on a Field Stance, von wegen es bleibt, was wir entschieden haben. Oder es wird einfach anders entschieden. Aber diese, selbst mit diesen Einblendungen da jetzt, wo ganz oben rechts klein irgendwie, da steht ja dann auch nur ein Überbegriff. Da weiß ich ja trotzdem nicht genau, worum es geht. Mich nervt das weiterhin. Wie gesagt, wir haben... Ich will gar nicht sagen, dass die Eintracht ungerecht davon behandelt wird, so wie Köln damals oder so. Aber es ist trotzdem eine Sache, die, wo du das Gefühl hast, auch bei den Handspielen zum Beispiel. Du weißt ja gar nichts mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr ganz genau, wann man sich aufregen kann oder nicht. Also beim Berlin-Spiel... Marvin und ich haben das Berlin-Spiel zusammen zu Hause... Zu Hause nicht, aber wir haben uns in der Kneipe geschaut zusammen. Das war für uns... Wir haben uns schon gefreut. Als wir die Wiederholung gesehen haben, haben wir gesagt, ja cool, der Eintracht kriegt jetzt Elfmeter. Da haben wir uns auch sogar schon zurückgelehnt. Wir haben ein Stück getrunken, haben zurückgelehnt, gegrinst, haben gewartet, geil, wer schießt jetzt? Als wir dann gesehen haben, der gibt den Elfmeter nicht, da bin ich wirklich von jeglichen Glaubens abgefallen. Also da habe ich wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig, dass das nicht irgendwie korrigiert wird. Das nervt halt krass, weil du Jahrtausend vergleichbare Szenen hast, wo es dann wieder anders ist. Aber das größte Problem ist, glaube ich, dass ich blicke einfach nicht mehr durch. Ich glaube, das ist in der Tat so dieses Problem. Es gibt keinen oder keinen nachvollziehbaren roten Faden, wo du sagen kannst, okay, anhand dessen werden hier Entscheidungen getroffen und dir ist auch irgendwie in der ganzen Prozedur nicht mehr klar. Wer ist jetzt für die Entscheidung überhaupt verantwortlich? Ist es jetzt doch wieder der Schiri? Ist es der Videoreferee? Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Schiedsrichterassistenten auf dem Feld sich auch so ein bisschen zurücknehmen und sagen, naja, muss ich ja jetzt vielleicht nicht so 100% korrekt, weil da ist ja noch einer, der nochmal irgendwie drauf guckt. Also es wirkt gerade alles irgendwie sehr, sehr instabil und ich habe nicht das Gefühl, dass die DFL, der DFB da jetzt irgendwie immens was dafür tun, das jetzt in irgendeine Richtung zu korrigieren. Zumindest wenn sie es haben, kommunizieren sie es halt auch nicht, was halt auch nicht zu einer Besserung in dem Thema irgendwie beiträgt. Ja, stimmt. Also gut, ich sehe nach wie vor keinen Grund, dieses 4-1 nicht zu geben. Nö. Ja, die Stars Ananas, am Ende haben wir trotzdem 3-1 gewonnen. Ja, aber wie gesagt, war unnötig und ich finde es auch schade für Willems. Ja, es ist auch irgendwie eine unglückliche Partie, jetzt auch wieder für ihn gewesen. Ich hätte ihm jetzt mal ein Tor gegönnt. Das wäre der zweite Punkt, den ich bei dem Spiel in Bezug auf Willems nicht verstanden habe. Warum ist er in der Nachspielzeit ausgewechselt worden? War das verletzungsbedingt? Dann hat er dazu nichts gesehen und nichts mehr gelegen, was er jetzt hat? Der war auf jeden Fall verletzt und zwar hat er irgendwas mit dem Fußgelenk gehabt, glaube ich. Okay. Er hat irgendwie Fußgelenk-Probleme gehabt und wurde dann nochmal ausgewechselt. Wer kam? Stendera, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber das war tatsächlich eine verletzungsbedingte Auswechslung. Okay. Da habe ich jetzt aber dann, ich habe vorhin nochmal versucht nachzulesen, ob ich irgendwo was finde, ob er da jetzt länger ausfällt oder ob die Eintracht sagt, nee, alles fein. Was manchmal vielleicht gleich bedeutet, mit länger ausfällt, das wissen wir nicht. Habe ich jetzt nichts zu gefunden, von daher würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass er zumindest als Bankdrücker, klingt jetzt irgendwie blöd, aber als Auswechselspieler nächste Woche oder am kommenden Wochenende wieder dabei ist. Das klang jetzt nicht so, also zumindest war es nicht so kommuniziert. Ich glaube, irgendein Training hat er verpasst gehabt, aber ja, hoffen wir mal, dass er jetzt wieder einsteigt und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, dann können wir dieses Spiel mehr oder weniger abhaken, nur wenn wir dann gleich in der übernächsten Sektion dann über das kommende Spiel reden, können wir schon mal hier an der Stelle uns vormerken, dass Gelsan Fernandes nicht spielberechtigt ist, weil fünfte gelbe Karte. Du fuchs, auf jeden Fall. Ich fuchs. So, dann müssen wir jetzt erstmal über Aktuelles reden und da haben wir so eine Mischmasch-Rubblick. Zum einen müssen wir jetzt dann gleich reden über Karten für das Euro-League-Spiel, aber vorher müssen wir über andere Menschen reden, die vermutlich nicht mehr spielberechtigt sind oder sehr wahrscheinlich nicht mehr spielberechtigt sind. Carlos Salcedo hat sich aufgemacht in das schöne Mexiko für eine aktuell angegebene, nicht offiziell bestätigte Ablösesumme von rund 8,8 Millionen geht er zu Tigris. Hast du gut aufgerundet, rund 8,8. Das ist der letzte Wert, den viele genannt haben, den ich gefunden habe. Vorher hieß es ja irgendwie so zwischen 5 und 10 Millionen, dann waren es mal 5, dann waren es mal 10. 8,8 war so das, was ich jetzt dazwischen gefunden habe. Das klang für mich jetzt irgendwie sehr schön. Ich finde es spannend, dass die Mexikaner anscheinend so viel Geld haben. Also der mexikanische Club Tigris, ich kann das jetzt kaum einschätzen. 8,8 ist aber, glaube ich, eine Summe, mit der wir auch in Zeiten des modernen Wahnsinns einigermaßen leben können, würde ich meinen. Auch, ich denke, meine Sympathien über Salcedo hat man jetzt in den gängigen Medien schon ausgiebig verfolgt. Aber wenn dafür ein Ersatz kommt, sage ich, okay, ich wünsche ihm alles Gute. 8,8 ist für mich eine super Sache. Ja. Das wäre jetzt die Frage, glaubt ihr, da kommt jetzt tatsächlich noch ein Ersatz und ist das jetzt die Kohle, die wir investieren, um Bastis künftigen Lieblingsspieler zu finanzieren? Musst eigentlich. Das ist ein Riesenproblem, finde ich. Wer super gespielt hat am Wochenende auch wieder, außer natürlich bei dem Gegentor, sahen sie beide ein bisschen unglücklich aus. Wer war es? Abraham und Hasebe. Aber Hasebe generell ist ja sehr, sehr wichtig da hinten in dem Bereich. Aber er ist halt auch jemand, der immer mal ausfallen kann. Genauso ist es beim Abraham. N. Dicker hat jetzt bis jetzt sehr, sehr souverän und auch stabil gespielt und wirkt jetzt nicht so verletzungsanfällig. Aber du kannst jetzt nicht sagen, wir lassen unseren Fayette oder Russ Kompo da hinten dann spielen. Da wird man ja verrückt. Und wenn es dann wirklich in die... Ja, oder? Ja, ich sehe es genauso. Also du sprichst mir aus meinem, ja, Teilhirn oder so, keine Ahnung. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Ich finde, wir müssen da zwingend nachbessern, in welcher Richtung auch immer. Aber es kann nicht sein, dass wir mit den beiden wohlfettenden Spielern verletzten und natürlich auch Russ in den Rest der Rückrunde gehen. Da würde ich Amok laufen. Also keine Angst jetzt hier, wenn jetzt hier irgendwie der BND wieder zuhört. Alles cool, ich laufe nicht Amok. Aber es war jetzt nur umschrieben. Ja, schön umschrieben. Basti, was ist denn deine Gefühlssituation bei dem Thema? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, dass der Eintracht auf jeden Fall probiert, jemand zu holen. Wer das dann ist, ja, es gibt jetzt Gerüchte auch. Touré aus Monaco ist ja auch irgendwie auf der Liste. Der hat, glaube ich, einen ähnlichen Marktwert wie Mbappo, so ein bisschen drunter. Ich glaube, 8 Millionen ungefähr. Er ist auch einer dieser jungen Wilden von Monaco aus der letzten Saison leider gewesen. Also diese Saison ist ja so ein bisschen mit abgefallen. Da kann man nicht einschätzen. Du kannst den aktuellen Leistungsstand, glaube ich, nicht so gut einschätzen, weil er halt mit in diese totale Krise mit abgerutscht, die Monaco gerade durchlebt. Er ist aber auch Rechtsverteidiger. Also die Gerüchte gehen schon in Richtung Rechtsverteidiger und die gehen heute schon, der wäre im Sommer, glaube ich, ablösefrei. Kann natürlich auch ein Druckmittel gegenüber Bayern sein, zu sagen, ey, wir haben auch andere Kandidaten. Aber was ihr sagt, ist ja eigentlich richtig. Eigentlich brauchen wir über Mbappo und Touré gar nicht reden. Wir brauchen eigentlich einen Innenverteidiger. Genau. Also das ist es ja. Ich glaube und befürchte aber, dass die denken, okay, Valette und Russ reichen als Backup und das sehe ich ganz, ganz anders. Weil Russ ist für mich, mit dem kannst du seriös nicht planen. Sorry. Das kannst du, wenn du, klar, wenn du sagst, okay, wir wollen einstelligen Tabellenplatz, dann reicht das. Wenn die Eintracht aber wirklich sagt, wir wollen die europäischen Ränge angreifen und wenn hier mir Halle erzählen will, wir wollen die Champions League und bla, 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 bla. Dann reicht, ganz ehrlich, dann reicht ein Marco Russ nicht aus. Sorry. Und da reicht auch ein Valette nicht aus, der wirklich, glaube ich, für die Kabine wichtig ist, wie Russ wahrscheinlich auch, aber der trotzdem auch gewissen Stellen sehr, sehr ungelenk agiert. Also das ist, man darf nicht, die Leute sagen immer, ja, wir haben da und da gut gespielt, das ist es ja nicht. Ein Spiel, ich traue Russ auch zu, dass er zwei geile Spiele hintereinander macht. Aber dieses dritte und vierte Spiel, ich habe da keinen Bock mehr darauf, die Unsicherheit zu spüren, weil er ist trotzdem einfach dem Alter auch geschuldet und er hat diese schwierige Geschichte hinter sich. Er ist trotzdem nicht mehr der Frischeste, den wir haben. Das ist nichts, wo ich sagen würde, okay, und Dennis hat das schon angesprochen, Abraham immer wieder raus, Hasebe wird auch irgendwie mal passieren. Und das wäre sehr, sehr ärgerlich, das wäre wirklich ärgerlich, wenn wir, ja, wenn wir dann Salcedo abgeben und dann eine ähnliche Situation manchmal kommen, wie wir es auch schon unter Kovac hatten, dass dann, keine Ahnung, Otschipka und Chandler in den Verteidigungen gespielt haben und bla, 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 bla. Die Frage ist halt, was willst du erreichen? Du hast doch genau auf den Punkt. Genau, das ist der Punkt. Was will die Eintracht erreichen? Und da kommt es jetzt drauf an. Das ist genau das, was der Dennis sagt. Wenn wir, und nein, ach Quatsch, nichts, bla, bla, wenn, bla, bla, bla. Wir wollen wieder in die Euroleague. Das muss jetzt das Ziel sein, nach der Hinrunde, dass einfach noch mehr geht. Da bin ich ganz, ganz, ganz optimistisch. Aber, wenn ich das will, und ich glaube, wir wollen das alle in Frankfurt, dann muss ich auch nachbessern. Dann kann ich doch, selbst wenn mir jeder die ganze Zeit sagt, Russ ist ein guter, ordentlicher Innenverteidiger, ist er auch. Aber Leute, dann brauche ich ein anderes Niveau. Und dann brauche ich ein anderes Niveau, das sofort zündet oder schnell zündet. Wenn nämlich ein Abraham ausfällt, ein Hasebe, die sind beide nicht die Jüngsten. Die haben eine gewisse Verletzungshistorie, die zum Glück nicht dramatisch ist. Deswegen haben wir einigermaßen Glück. Aber wir müssen es nicht überstrapazieren. Ich will, dass die Eintracht weiß, dass mehr möglich ist. Aber dafür muss was getan werden. Ja. Sehr gut. Ja, aber die Frage ist, was würdet ihr denn denken, wenn die Eintracht sagt, okay, sagen wir mal jetzt, zwei Runden ist jetzt mal noch wirklich offensichtlich, zehn Millionen für Salcedo und geben zwölf Millionen für Mbappo aus. Das ist ja trotzdem, wäre ja dann nicht ersetzt. Das wäre nicht ersetzt. Grundlegend ist überhaupt erstmal die Frage, was hast du denn jetzt überhaupt irgendwie für einen Markt? Sind denn überhaupt gute Spieler verfügbar? Und wenn ja, zu welchem Preis? Heißt, wir wissen ja alle, dass in der Wintertransferperiode die Preise gerne nochmal diesen 20-prozentigen Weihnachtsaufstark bekommen. Also es kommt immer darauf an, wie die Situation bei einem anderen Verein ist. Es gibt auch viele Vereine, die froh sind, wenn sie im Winter noch jemand loswenden, die vielleicht im Sommer haben. Naja, aber ist die Frage, sind das die Spieler, die du halt haben willst, wenn andere unbedingt, und die Diskussion hatten wir ja letzte Woche auch schon so ein Stück weit, ist das halt eben das, wo du mit dem Anspruch, wir wollen wieder in die Euroleague, sind das, die andere Vereine unbedingt loswerden wollen, dann diejenigen, die dir da an der Stelle weiterhelfen? Ich denke schon, ich denke schon, weil wir ein funktionierendes Geflecht haben bei der Einfachung momentan. Die Mannschaft ist wirklich im Flow drin. So Spieler wie Kostic, die bei anderen Vereinen dann wirklich auf dem Abstellgleis waren, die bei uns richtig aufgeblüht sind, denke ich schon, dass da eine Möglichkeit auch ist, einen günstigen Spieler, Anführungszeichen, zu holen, der vielleicht beim anderen Klub überhaupt nicht mehr zu tragen kommt, der wirklich bei uns eine tragende Rolle spielen könnte. Also ich denke, das Problem sehe ich jetzt gar nicht mal so. Es ist nur die Frage, erkennen das nicht auch die anderen Klubs und wo willst du im Endeffekt fischen? Ich bin auch leider gar nicht so aktuell gut informiert, welche Spieler überhaupt dann für uns in Frage kommen würden in dem Preisgefüge. Die Sache ist halt, es gibt halt auch ganz, ganz wenige Gerüchte zu Innenverteidigern. Das macht mich so ein bisschen skeptisch. Also du hast ja wirklich, weil Eintracht, es war einmal der Spiel aus Neapel im Gespräch, bla bla, jetzt diese zwei Rechtsverteidiger, Mbappu und Tore. Aber so wirklich zu sagen, der und der Innenverteidiger ist hier im Gespräch, gab es ja irgendwie gar nicht. Ich glaube, was die Eintracht probiert zu finden, ist eigentlich so ein Typ Salcedo. Salcedo hat ja Innenverteidigung und Rechtsverteidiger spielen können, beides. Also gut, Rechtsverteidiger eher in der Viererkette, in der Viererkette wäre das auch nichts gewesen. Aber vielleicht, aber eigentlich meiner Meinung nach gibt es das nicht. Also meiner Meinung nach gibt es keinen Spielertyp, der in der Viererkette, in der Viererkette sehe ich es anders. In der Viererkette kannst du Innenverteidiger und Rechtsverteidiger, die können sich ein bisschen ähneln. Da kannst du ihn auch mal auf außen tun. Pavard ist so einer oder Salcedo war auch so einer. Aber ich glaube, diese Nummer, dass da Costa und Kostic über ihre Schnelligkeit, ich glaube, so ein Spieler, der diese Stärken hat, hat dann in der Innenverteidigung gleich wieder Schwächen. Also ich stelle dir vor, Kostic würde Innenverteidigung spielen oder selbst da Costa. Das wäre vielleicht für ein Spiel bei da Costa von mir aus, aber diese Grundstärke, die ein Innenverteidiger braucht, der ein bisschen robuster sein soll, das verhindert vielleicht, dass er dann auf den Außen schnell genug ist. Deswegen, diesen Hybrid-Spieler werden wir nicht kriegen und ich bin sehr, sehr gespannt. Also das ist, ich würde es auch gar nicht entscheiden, wollen. Zu sagen, okay, ja, weiß ich nicht, probieren wir jetzt irgendwie einen ganz günstigen Innenverteidiger als Backup zu finden, der vielleicht da nicht so gut ist und im Barbo zu holen oder machen wir nur eine Sache oder keine Ahnung. Also es wird sehr, sehr spannend. Den einzigen Take, den ich sagen kann, ich würde auf jeden Fall noch einen holen. Ja, meine Vermutung ist, sie holen keinen Innenverteidiger. Das wird ja auch so ein bisschen gestützt von der Aussage, die Freddy Bobic, der Alex, hat es gerade nochmal in den Chat geschrieben, glaube ich, am Montag oder irgendwas auch nochmal gebracht hat, dass es definitiv kein Innenverteidiger werden wird. Ich glaube auch, dass sie davon ausgehen, dass sie da gut aufgestellt sind, dass sie sich aber in der Tat nach einem Rechtsverteidiger umschauen und da wäre im Barbo in der Tat der Spieler, der am meisten Sinn macht, weil er den Trainer kennt, weil die aufeinander schon irgendwie so ein bisschen abgestimmt sind und der da ganz gut in das Konstrukt passen könnte. Was ich auch prinzipiell erstmal nicht verkehrt finde, weil jetzt mal angenommen, da Costa verletzt sich übermorgen, müssten wir nachher vielleicht mit einem Palett als Rechtsverteidiger spielen und das will ich mir halt erst recht gar nicht vorstellen. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, da hast du vollkommen recht, das ist natürlich ein guter Punkt. Wenn wir Babu bekommen, das habe ich ja auch bei Fußball 2000 schon mal gesagt, lasse ich mich dazu breitschlagen, dass wir mit den anderen beiden in die weitere Rückrunde gehen, ja, okay, von mir aus, weil wir dann wenigstens trotzdem Zeichen gesetzt haben, weil wir Zeichen gesetzt haben und gezeigt haben, okay, wir wollen aber unsere Mannschaft verstärken, mit Betonung auch verstärken und nicht irgendwie gleichwertig oder unterdurchschnittlich besetzen und das ist dann dieser Transfer, den wir eingehen. Ehrlich gesagt, wir hatten, haben gestern aufgenommen, ich habe ehrlich gesagt dieses Gefühl verloren trotzdem, dass wir ein Babu bekommen, ganz ehrlich, das ist, das ist so weit weg auf einmal, es ist weit weg, tagelang wird das herumgeschwommen und nichts passiert wirklich, ich weiß nicht, ob es noch passiert, am Ende stehen wir da und haben Patrick Ochs, ja, schön wär's Patrick Ochs, meine Güte, so schlimm ist es nicht und dann kommt Sebastian Jung daher und dann denken wir, krass, Sebastian Jung, den hatte ich komplett vergessen und dann nix mit dem Babu, am Ende erwartet uns sowas und dann will ich euch mal sehen. dann kann's eine Theke nach mir suchen, da brauche ich ein paar Schnäpse mehr. Ja, ist noch so ein bisschen, die Frage, so ewig lang ist ja jetzt auch nicht mehr, also ich glaube, wenn sich da was tut, dann könnte es dann jetzt auch schnell gehen, aber wie du schon sagst, es ist halt alles irgendwie gerade so sehr, so acht Tage Zeit, es ist nicht mehr viel. Ja, deswegen, es ist aber gerade irgendwie alles gefühlt so weit weg, also es ist schwierig. Ja, ich glaube, das kann auch eine schnelle Dynamik, ich glaube, die Eintracht, die Eintracht wird es, glaube ich, genauso machen wie im Sommer, wie sie es im Sommer auch mit dem Babu gemacht haben, wenn es passt, passt, aber es kann auch sein, dass es nicht passt. Also die werden irgendwas probieren, die werden aber es nicht auf Biegen und Brechen machen, weil ich glaube, die sagen auch, okay, dann behalten wir das Geld für den Sommer. Also wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, egal bei welchem Spiel, lassen wir uns mal ein bisschen auch von dem Babu weggehen, weil wir wissen auch nicht, ob es der Halsbringer ist und wir haben, ihr habt ja gesagt, der Costa hat auch überperformt, also wir müssen uns auch mal ein bisschen von dem Namen lösen, aber sagen wir mal, die Eintracht hat einen Ersatz im Blick, egal für welche Position, vielleicht auch für die Zehner-Position noch, weiß ich nicht genau, also es ist ja auch eine Position, wo wir eigentlich noch jemanden verkraften könnten. Ich glaube, die Eintracht wird so verfahren zu sagen, okay, wenn es jetzt klappt und die Eintracht den Spieler und ich glaube, die Eintracht hat eine Liste von Spielern, die die haben wollen und wenn das zu Zeitpunkt XY, René hat es angesprochen mit Rode, dann passt es im Sommer nicht und probieren es halt im Winter nochmal. Hat jetzt im Winter geklappt. Ich glaube, beim Babu ist man genauso vorgegangen, hat es jetzt im Winter nochmal gefühlt, hat es vielleicht auch wieder nicht geklappt und man weiß vielleicht, jetzt wird okay, im Sommer klappt aber. Ja gut, was natürlich auch noch so ein Punkt sein könnte, die Salcedo-Nummer scheint ja auch noch nicht 100% durch zu sein, weil zumindestens hat die Eintracht an der Stelle ja noch nichts vermeldet oder ich habe es total übersehen. Die Eintracht nicht, aber ich glaube, Tigris hat getwittert. Ja, ja, das ist sowieso so ein Punkt, der mich irgendwie aufregt, dass Salcedo da schon irgendwie 43 Bilder mit Schal und aus dem Flieger und hier beim Medizincheck und da in der Kantine und da irgendwie, weiß ich nicht, im Mannschaftshotel und Tigris das schon verkündet. Die Eintracht hat es noch nicht offiziell bestätigt, was für mich auch ganz klar bedeutet, die Tinte auf dem Vertrag ist noch nicht trocken, da ist noch keine Kohle geflossen. Wie willst du denn jetzt einen Spieler verpflichten, wenn das Konto nicht voll ist? Ja. Wird es schon Absprachen geben. Ich will nur ganz kurz mal einen Gedanken zu Ende bringen von früher. Ich glaube, die Eintracht hat ja früher, wir erinnern uns an die Winterpause, wo wir fünf Spieler geholt haben, Eihahn und bla, weiß ich was, bla, bla. Ich glaube, die Eintracht hat, das hat sich bei der Eintracht verändert und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, die Eintracht hat ein festes Konzept im Kopf, welche Spieler sie haben will und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann klappt es aber nicht und dann holt die Eintracht nicht und ich brauche das und das und dann kommt hier irgendeiner und Bruchhagen verpflichtet und halt den und den. Ich glaube, die Eintracht hat einen festen Plan. Ich glaube, die Eintracht wird nämlich keinen Mattelungen mehr holen. Die sagen dann, okay, nee, dann holen wir keinen. Die Eintracht wird nicht irgendwie fünf Spieler auf einmal holen, weil die gerade Panik kriegt. Die Eintracht wird gezielt. Keine Panik. Die Eintracht hat Spieler, die die holt, die haben die schon auf der Liste und gucken, wenn das jetzt klappt und wenn sich eine Situation von dem Spieler verändert hat, wenn es Bücher bei Bern sagt, ey, Nimbabwe hat jetzt hier Champions League, wir sind jetzt ausgeschieden, er wird gern zu euch, wir sind jetzt verhandlungsbereit, weil wir es jetzt mit ihm gemacht haben oder wir wollen es jetzt im Sommer dann sagen, okay und so und so und ich glaube, so ist es bei den anderen Spielern auch und ich glaube, davon sind wir so ein bisschen abhängig zu sagen, okay, die Eintracht wird keinen Schnellschuss machen, weil ich glaube, die Eintracht sieht das nicht so, als wenn sie das müsste und das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, weil ich sehe das schon, ich bin bei Marvin, dass ich sage, ich will nicht mit Russ und Falett fliegen. Oh Gott, ich auch nicht und Marvin, du erst, ja? Nee, nee, mach du, sag ich mal. Was mich bei der Rechtsverteidigerposition, man hat zwar jetzt nichts mehr gehört, aber ich hoffe, die Eintracht wartet nicht auf den Timothy Chandler, dass der wieder fit wird, denn der ist ja auch eigentlich ja sozusagen jetzt auf dem Weg wieder zurück ins Mannschaftstraining, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen hatte. Das ist natürlich für mich jemand, der braucht auch seine Zeit, wir wissen, der hat extrem überperformed, bevor er sich verletzt hatte. Ob der heute an die Leistung nochmal angreifen kann und ein Dacosta dann da auch ersetzen kann. Deshalb, also ich hoffe nur, wir holen dann wirklich jemanden, der uns da weiterbringt und sagen nicht, ach, ja, jetzt spielen wir, vorhin hat jemand hier auch schon das Horrorszenario, ach, dann lassen wir halt Fayette auf der Rechtsverteidigerposition spielen, bis ein Chandler wieder da ist. Nee, das geht natürlich gar nicht. Also deshalb, ich hoffe einfach, dass wirklich dieses Konzept, Basti, das würde mir sehr gut gefallen, wenn das Konzept da wäre und das Konzept aber auch realistisch betrachtet, welcher Spieler zu welcher Zeit welche Performance abrufen kann und dann auch diese Ziele, die ja alle haben und die auch wirklich erreichbar wirken wieder. Du hast diese Büffelherde vorne, die wirklich alles geben kann. Nur wenn hinten natürlich die Abwehr und die Innenverteidigung und auch die Außen nicht funktionieren, da bringt dir vorne die beste Gruppierung nichts, weil dann kommt vorne nichts mehr an, dann wird verunsichert, dann gibt wieder, das ist ja wieder so ein Selbstläufer, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, sagt man ja dann, das ist so ein bisschen, da habe ich ein bisschen Angst vor, deshalb brauche ich einfach, dass ein bisschen Geld jetzt in die Hand genommen wird, um dieses Streckgespenst sozusagen schon zu verscheuchen. Ja. Ein letzter Punkt dazu, ich bin an der Stelle dann gespannt, wenn man da einen Rechtsverteidiger holt und es ein Limbabu wird, wie der Trainer das intern moderiert, weil dann wird das auch für Da Costa entweder eine geile Herausforderung oder ein großer Dämpfer, da bin ich echt gespannt, wie er das an der Stelle moderiert und ich hoffe, dass er das sehr gut macht. Ich bin dabei und bleibe dabei, dass eine solche Verpflichtung nur funktionieren kann, wenn du intern eine Lösung hast, wie im Optimalfall beide spielen können, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, das muss ich ganz klar sagen, wir hatten ja schon öfter mal darüber gesprochen, für mich ist es sehr, sehr genau abzuwägen, weil Da Costa ist ein Spieler, auch ein deutscher Spieler, der überperformt hat im letzten Jahr, der auf dem Sprung ist, bei realistischer Betrachtung in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen und da kann man nicht einfach so nach vorne gehen und ihm da jemanden vorsetzen, ohne ihm Lösungen und Möglichkeiten offriert zu haben. Aber ich glaube, da ist ein Hütter schlau genug, dass er schon genau weiß, wie es läuft, denn genau darüber haben wir auch bei Rode gesprochen. Es wird nicht einfach irgendjemand geholt, sondern der im Optimalfall ins System passt, jemand, der auch emotional reinpasst und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den darf man bei der neuen Eintracht, in Anführungsstrichen, einfach nicht vernachlässigen. Es kommt jetzt nicht einfach in Philipp Wollscheid oder irgendwie, was weiß ich, wer noch kostenfrei verfügbar ist, kommt jetzt nicht einfach in Philippe Santana, weil er irgendwie gerade verfügbar ist, sondern da ist mehr dahinter und ich glaube, da müssen wir jetzt die letzten Tage einfach der Eintracht diesen Credit geben und hoffen, dass jemand kommt, der uns verstärkt. Du, Credit gebe ich denen genug, aber ich hätte jetzt auch gerne dann langsam mal irgendwie eine Aussage in den nächsten Tagen, es wird mir sonst ein bisschen zu long. Gut, dann können wir, glaube ich, dieses Transfer-Diskussionsthema erst mal abhaken und dann können wir über das von mir andere angekündigte Thema kurz noch schnacken. Es gibt ab morgen, dem 23.01., das heißt quasi, wenn ihr die Folge hier nicht live, sondern vom Band hört, quasi jetzt live direkt, Karten für das Euroleague-Spiel in Donetsch und es gibt 2000 Karten. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, stimmt. Du bist morgen dran, Basti, also ihr habt noch gar nicht, ne? Was denn? Also Karten, ihr müsst morgen noch besorgen, oder was? Ich hab schon Karten. Ah, du hast schon Karten. Alles klar, okay. Ja, ich hab heute den Tagesflieger, bin mal gespannt, ob ich ihn klargemacht hab, denke ich hab ihn klargemacht und freue mich da sehr drauf, ja, es war eine Mordsreise im Endeffekt für einen Tag in Donetsch und zurück. Ja, ich werde wahrscheinlich relativ wenig Schlaf abbekommen. Es gab ja bei der FUFA die Option, entweder zu sagen, man fliegt drei Tage, also Mittwoch bis Freitag, das hätte mich dann mindestens 600 bis 700 Euro gekostet, oder man macht halt diesen eskalativen Ein-Tagesflug, also morgens hin und abends wieder zurück für auch ein bisschen mehr als 400, das ist auch nicht günstig, aber ich hab mir gedacht, okay, bei einem Tag ist die Chance geringer, von irgendwelchen Ukrainern verschleppt zu werden oder so, ja, keine Ahnung, ja, und dann hab ich gedacht, naja, das ist ein relativ straff organisierter Plan und irgendwie hab ich irgendwie hab ich das Gefühl, man darf das nicht verpassen und deshalb hab ich das gemacht, ich hoffe, dass alles durchgeht und dann setz ich mich in den Flieger in die Eiseskälte in die Ukraine, das hätte ich auch nicht gedacht, also wäre jetzt nicht mein Number-One-Ziel in Sachen Reisen, aber was man nicht alles tut, ne? Nee, Ticketpreis war ja recht attraktiv mit 5,50 Euro. 5,50 Euro hervorragend. 5,50 Euro ist super, das ist, früher war das mal irgendwie zwei kleine Pilze, aber ist jetzt heute auch nicht mehr drin, glaube ich. Kommt drauf an, wo, vielleicht in der Ukraine wieder. Da kriegst du wahrscheinlich irgendwie einen halben Kasten für den Preis. Ja, genau, aber man kann ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, den Webshop von Donutsk auch noch Karten kriegen, also ich glaube, es sollte jetzt nicht so schwierig werden, da an Karten zu bekommen. Ich bin echt mal gespannt, wie viele wirklich hinfügen, weil es ist natürlich schon eine ganz große Reise. Es ist eine andere Reise, ja. Es ist vielleicht jetzt, wie du schon sagst, nicht so unbedingt die Gegend, die man sich jetzt irgendwie erhofft hat. Es ist mit der einen oder anderen Strapaze verbunden, wobei der Gonzo gerade eben im Chatgrüße gehen raus geschrieben hat, dass er Zypern mit 27 Stunden am Stück überlebt hat. Du sollst dich nicht so anstellen, Marvin. Also, ich glaube, da sind die Eintracht-Fans sind da auch durchaus motiviert und auch leidensfähig, sich da das ein oder andere anzutun. Ja, die Eintracht hat nur fünf Prozent Karten gekriegt. Hat das irgendwas mit der Strafe zu tun? Oder das ist UEFA, glaube ich, sogar normal oder was? In der Bundesliga sind es zehn, in der UEFA sind es fünf. Ich glaube, fünf ist nach, so wie ich das verstanden habe, ist das, was du quasi geben musst, alles darüber hinaus, ist quasi Bonus. Mindeststandard oder sowas, ja. Genau, aber die fünf Prozent... Aber es gibt keinerlei Kommunikation, warum das so ist. Oder kann ja auch sein, dass wir gar nicht mehr brauchen, aber ich finde, das ist ein bisschen wenig. Ich fand es auch ein bisschen wenig. Ich habe jetzt dazu nichts... Also 40.000 Plätze und die sind ja auch nie ausverkauft. Ja, ich habe jetzt nichts dazu gelesen. Vielleicht denken sie sich auch, mein Gott, dann sollen die halt über uns buchen, dann kriegen wir halt wenigstens irgendwie die Kohle irgendwie direkt. Keine Ahnung. Vielleicht wird da auch noch mal irgendwas nachgeschrieben. Ich habe Kumpels, die haben sich da irgendwelche Logen schon gekauft für 100 Euro. Das war auch nicht so teuer. Ja, nee, es scheint auch in der Tat auch gar nicht irgendwie teuer zu sein. Aber ich habe jetzt nichts dazu gelesen. Auch das hatte ich vorhin versucht, noch mal zu recherchieren, warum diese Anzahl. Aber gibt es nicht. Ich meine, gut, wenn das halt der Standard ist, dass du sagst, 5% ist das, was du musst. Da musst du jetzt auch nicht unbedingt begründen, warum es jetzt keine 6 gibt, weil angehalten bist du halt nur 5 zu geben. Vielleicht schieben sie auch noch was nach. Vielleicht wollen sie erst mal gucken, wie der Bedarf irgendwie ist. Ich weiß es nicht. Halte ich für relativ realistisch sogar. Ich denke auch, dass die da zwei Wochen vorher noch mal irgendwie was raushauen werden. Wobei es dann halt schwierig wird. Genau. Aber es ist schon interessant zu sehen, wenn du dann merkst, ach, guck mal hier, die zwei, die, ich weiß nicht, wie viele, 200 oder so, die heute jetzt rausgingen. Keine Ahnung, weiß nicht genau. Oder es waren es nur 100 für den Flieger, keine Ahnung. Aber das war später, so um 13 Uhr auf jeden Fall schon ausgebucht. Da konnte man sich da nicht mehr irgendwie für bewerben. Zeigt also, dass es zumindest bei diesen Tagesfliegern und auch bei diesen anderen schon ein gewisses Interesse gab, die gesagt haben, weißt du was, das ist ein gutes Angebot von der FUFA, da fahre ich doch mit. Das war ja jetzt auch nicht so unattraktiv, wenn du die Möglichkeit hast, das zu machen. Finde ich das eigentlich immer ein sehr lohnenswertes Angebot, was die FUFA da macht. Also von daher. Auf jeden Fall, geile Sache, kümmert sich gut drum, muss man auch mal sagen. Wird vielleicht ein bisschen zu wenig erwähnt. Finde ich schön. Ja. Das ist korrekt. Gut, das heißt, Marvin, du bist on Tour, Basti ist on Tour und Dennis und ich machen Heimdienst quasi. Wir werden euch dann wieder berichten, wenn der Videoassistent-Referee haben wir ja noch nicht. Wenn in den Wiederholungen wieder irgendwas Komisches gezeigt wird, dann machen wir hier wieder Aufklärungsarbeit. Das können wir gerne machen, ja. Dann sollten wir vielleicht jetzt über das Spiel reden, was jetzt erstmal näher ist, nämlich das Spiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag. Nein. Nein, viel wichtiger. Du warst doch eben gerade bei den Transfers. Da will ich über das, was mich seit, ja, 24 Stunden unfassbar bewegt, tut mir leid, lass uns doch einfach mal da vorhauen. Ganz ehrlich, dass Kevin Prince-Boateng mit 31 fucking Jahren den Schritt, den zweitwichtigsten Schritt seines Lebens macht, nach dem Schritt zur Eintracht, ja, der ihn ganz nach oben verfrachtet hat, hat er es jetzt geschafft, zum FC fucking Barcelona zu wechseln. Nichts als Respekt, ich freue mich tierisch, das ist echt, wenn ich jetzt darüber spreche, jetzt bekomme ich fast ein bisschen Gänsehaut, weil mich freut es für diesen Typen, der alles in Frankfurt gegeben hat, der wirklich eine Figur war, der wirklich diese Mannschaft getragen hat, auch zum Titel, zu diesem geilen DFB-Pokal. Ich freue mich tierisch. Ja, das ist absolut geil. Das ist so hart, ich kann das gar nicht glauben. Also das ist, stellt euch vor, der gewinnt die Champions League und fucking Messi zusammen. Also wie geil wäre das denn noch, ey? Also ich gönne es ihm auch sehr, sehr. Das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich Barcelona noch intensiver verfolgt ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mir war es davor mega Latte, aber ich finde es so geil. Und ich habe bis auch so ein Spiele, den ich als Frankfurter hier echt schon total gefeiert habe. Du musst ja überlegen, das ist ja alles noch gar nicht lang her, das ist ein halbes Jahr her, als er hier den Titel geholt hat. Und wenn du überlegst, wie euphorisierend die Leute auch mit ihm abgegangen sind. Es ist mehr als ein Spieler gewesen. Und er wechselt halt zu jetzt einem Verein, der mehr als nur ein Klub ist. Und ich finde, das passt so gut. Und auch wenn alle Leute sagen, ja, ja, boah, Tengu ist wieder da, sitzt ja auf der Tribüne. Ich sage dir mal eines, Leute, weißt du, der hat seine Qualität schon bewiesen. Und es ist auch jetzt in Italien wieder ein Spieler gewesen, der sich aufmerksam gemacht hat. Haltet mal einen Ballflach und spielt erstmal so gut wie fucking Boateng. Führt erstmal eine Mannschaft, so wie er das in Frankfurt gemacht hat. Dann reden wir weiter. Denn der Junge hat es sich verdient. Der hat keinen geraden Lebenslauf. Das ist jetzt kein Thomas Müller, der die ganze Zeit Fußball spielt und in die Kamera grenzt. Das ist ein kantiger Typ. Aber ganz ehrlich, ich werde in zehn Jahren Thomas Müller vergessen haben. Ein Spieler wie Kevin Prince Boateng, der sich nicht zu fein war, zu einem Verein wieder Eintracht zu gehen. In der es noch, in der es jetzt nicht wunderbar geil lief, in der alles okay war. Aber es war keine Weltmannschaft. Der war an sich nicht zu fein dafür. Ich weiß nicht, ob Thomas Müller oder Hummels genau diesen Schritt gegangen wären. Kevin Prince Boateng ist gegangen und hat geführt und hat gezeigt, dass er die Qualität hat, auf dem Platz, neben dem Platz, zu einer Institution zu werden. Deswegen Props dafür. Geile Nummer. Ich feiere ihn hart. Ich kann mir auch geil vorstellen, der versteht sich damit messig gut, der passt auch gut da rein. Das ist auch ein geiler Typ. Ich glaube, der hat auch richtig Bock da drauf. Also ich glaube, er kriegt das jetzt selber. Und Marvin hat es gesagt, der ist auch in Anführungszeichen erst 31. Das heißt, zwei gute Jahre hat er noch drin. Und wenn er jetzt noch eineinhalb Jahre bei Barcelona spielen kann, ist doch geil, wenn er in diese Mannschaft reinkommt. Ich habe gehört, der soll so ein bisschen auch als Suarez-Backup so im Sturm ein bisschen fungieren. Der kann aber auch wahrscheinlich ein bisschen Mittelfeld spielen. Und wir wissen alle, natürlich wird er da nicht jedes Spiel über 90 Minuten machen. Das ist auch nicht schlimm. Aber Barcelona hat immer wieder diese Spieler drin gehabt, wo die wahrscheinlich, die haben nicht alle als Erste auf dem Schirm gehabt. Ich erinnere an Paulinho, der ist jetzt zwei schon wieder weg, aber trotzdem hat er auch da auf sich aufmerksam gemacht. Wo jeder dachte, was holen die denn aus China zurück? Die haben schon einen Plan, was die wollen. Also Barcelona hat wirklich einen Plan, wenn die Spieler haben. Und das ist nicht so, keine Ahnung, dass er jetzt zum Verein geht, weiß ich nicht, wie Wolfsburg unter Mager hat, wo 80 Spieler sind. Sondern die haben einen Plan, was sie mit ihm vorhaben, werden sich das überlegt haben. Und wenn das funktioniert, boah, das kann geil werden. Was ist, wenn er in der Champions League, boah, ich gönne es Barcelona jetzt so sehr die Champions League zu gewinnen. Fast noch mehr als Liverpool, aber nicht ganz, aber trotzdem. Das ist doch geil. Das sorgt auf jeden Fall dafür. Das hat mich, wie Marvin es gesagt hat, das freut einen krass für ihn. Ich bin auf dieses Projekt sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall mal was sehr Interessantes. Sache ist, Vidal ist auch nicht der feinfüßige Edelfußballer. Noch viel, viel weniger, als es ein Boateng ist. Boateng hat wirklich unbestrittene Qualitäten und auch er findet seinen Platz in dieser Mannschaft. Denn es ist wichtig, diese Typen auch einfach zu haben. Und jetzt hat Barcelona sogar zwei und die können sich vielleicht auch irgendwo ergänzen und die haben sogar noch mehr. Das sind nicht nur die einzigen beiden. Aber das wird schon funktionieren. Basti sagt, sie haben einen Plan, mehr als wenn hier irgendjemand mit seinem Scheiß-Handy irgendwie bei Fußballmanager 2019 oder so irgendwie drei Kappen aufstellt. Ja, lass die mal machen. Die wissen schon. Ja, ich glaube, das führt auf jeden Fall dazu, dass demnächst eine ganze Reihe an Eintracht-Fans sich auch ein Barca-Spiel anschauen werden. Ich bin da auch mal gespannt drauf. Werden wir auch ein paar anschauen. Sollten irgendwelche Hörer in Zukunft in der Nähe von Barcelona Urlaub machen, ich würde gerne so ein gefälschtes Trikot haben. Ich zahle sehr gerne. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch so ein, aus dem Ende der 90er noch so ein altes Barca-Trikot, so ein gefälschtes im Schrank liegen. Ich glaube, das kram ich mal wieder raus. Ich habe auch noch mehrere. Ich befürchte nur, dass ich da, dass ich es hinten aufschneiden muss, dass ich da irgendwie reinkomme. Aber das werden wir dann sehen. Können wir da jetzt über Bremen reden oder möchtest du noch was einwerfen, Marvin? Nein. Ich frage ja nur. Genau, also wir spielen am kommenden Samstag 18.30 auswärts gegen Werder Bremen, die in der letzten Zeit jetzt gar nicht so mega stark ausgesehen haben. In den letzten 10 Spielen, wenn man jetzt mal das irgendwie gegen den Drittligisten im Pokal rausrechnet, in der Tat nur zwei Siege geholt, der Rest eher unentschieden und verloren. Und die Siege waren auch mit Düsseldorf und Hannover vielleicht jetzt auch nicht so das Maß aller Dinge. Klingt jetzt irgendwie erstmal nach einer leichten Nummer. ich befürchte aber, dass es das gar nicht wird. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das ist nicht leicht. Die liegen uns nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bremen so eine Mannschaft ist, die so ein bisschen konträr zur Eintracht schwimmt. Ja, jetzt kommt der wieder mit dem Deich und dem ganzen anderen Rotz da. Ja, keine Ahnung, bla bla bla. Aber die Mannschaft, die ist unangenehm. Die haben richtig guten Torhüter. Das gefällt mir ganz gut. Also da haben sie echt man damals eine richtig gute Verpflichtung gemacht. Die Spieler, auch der Typ, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, der in der Hinserie gegen uns getroffen hat, weiß nicht. Das sind alles unbequeme Spiele. Worauf wir achten müssen, ist, dass wenn Leute wie Kruse spielen, dass wir die irgendwie einigermaßen ausschalten und dann nach vorne gehen können. Ja, das wird ein ganz unangenehmes Spiel, gerade bei den Temperaturen auch. Am Ende ist es noch Schneids ein bisschen da und dann ist es kalt und das war in Nürnberg schon nicht so angenehm für Zuschauer und Spieler, glaube ich. Und es ist dann auch nur 1-1 ausgegangen mit Glück. Das wird da nicht besser. Das heißt, die Eintracht muss dort tatsächlich diesen eventuellen Jetlag, den wir gegen Freiburg noch hatten, der muss jetzt weg sein, weil da musst du, um in dieses Spiel reinzuarbeiten, musst du 100% da sein, weil das wird echt unangenehm. Du kriegst dann mal hier, keine Ahnung, einen Pferdekuss, dann ist es kalt. Und das ist jetzt wirklich wahrscheinlich auch, das wird auch kein spielerisches Highlight werden von beiden Seiten. Und Bremen ist, Bremen, ich weiß nicht, ich sage es trotzdem jede Woche, auch wenn ich das mich selber schon öfters sage, aber das ist auch wieder so ein Spiel, wo wir einfach ein bisschen Glück brauchen. Zu sagen, okay, wenn wir da einzelnen in Führung gehen, kann das sein, dass wir dieses Publikum, was bei denen manchmal echt ein Faktor sein kann, auszuschalten. Wenn die aber einzelnen in Führung gehen, dann kann sich das auch in die andere Richtung schnell verselbstständigen. Also Bremen ist dann auch so, ich erinnere mich, da gibt es auch diesen ekelhaften Ton, wenn da ein Tor fällt. Ich finde das geil. So ein Schiff durchfährt und Kacke. Ich finde das echt geil. Das kotzt mich an, ey. Du, Bremen, das ist echt einer der geilsten Dinger. Für mich wäre da alles düpp, 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 was ist los mit dir? Ja, also, ehrlich, da muss ich echt sagen. Ich will es auf jeden Fall nicht hören. Die haben interessante Spiele, auch die Eggesteins sind interessant. Pizarro kann immer ein Faktor sein, Max Kruse hat das schon angesprochen. Also da sind auch die Laini, die haben einige, nicht die Laini, wie heißt er hier? Klaassen, sorry. Die haben einige interessante Spieler, muss man aber auch sagen, die haben das auch nicht immer auf die Straße gekriegt. Und das ist halt so, ich hoffe, dass das an dem Tag auch so sein wird, weil wenn Bremen das nicht auf die Straße kriegt, die hatten auch schon, haben die nicht auch 6-2 zu Hause in Leverkusen verloren? Ja, ich glaube, ich war auf jeden Fall ziemlich hoch, warte mal, ich gucke nochmal gerade nach. Die hatten dann auch so eine Zeit, wo die auch zu Hause sich sehr schwer getan haben. Wenn das so ein Tag für die ist, dann hat die Eintracht da gute Chancen auch da zu gewinnen, auch von mir aus sogar 2-3-0. Aber es ist halt, wie gesagt, bei dem Spiel ist alles drin, das ist ein komplettes 50-50-Spiel und ich hoffe einfach, dass, weil die Leistung von Bremen machen uns nichts vor gegen Hannover, die darfst du gar nicht als Maßstab nehmen, weil Hannover ist wirklich, also das ist wie wenn du auf einen schwer kranken 13-Jährigen einprügelst, also das kannst du wirklich nicht als Kampf werten, was der Maßstab gefunden hat. Deswegen, ja, deswegen können wir es noch nicht einschätzen. Im Endeffekt ist das für Bremen und auch für uns, weil wir gegen Freiburg auch so ein merkwürdiges Spiel hatten, eigentlich auch so ein bisschen so ein zweiter kleiner Rückrundenstart und ein richtiger Test, aber es wäre, um das abzuschließen, sehr, sehr wichtig zu geben, gewinnen, weil die Aufgaben danach wären nicht leichter. Ja, ich finde, ja, es ist absolut richtig und wenn wir mal ganz realistisch bei der Betrachtung bleiben, müssen wir auch sagen, dass unsere Offensive, wenn die das auf den Platz bringen können, die muss doch mit einem Moisander, einem Langkamp und auch einem Gebris, dass sie einfach fertig werden. Ja, ich meine, wir haben doch eine Mannschaft, gerade in der Offensive, die eigentlich über das gehobene Bundesliga-Niveau hervorgehen kann, und dann, also da gibt es für mich nichts, dann müssen wir das einfach auch selbstbewusst zeigen und dann werden wir die Leute schwindelig spielen. Ich finde, ehrlich gesagt, so gut der Torhüter ist, so gut ich mit Pavlenka irgendwie persönlich, nicht persönlich, aber klar kommt, den ich super finde, kommt gut klar mit. Extrem guter Torwart. Ja, aber alles andere da hinten ist nicht so, dass ich sage, oh, jetzt schlägt er mir die Klier. Natürlich müssen wir auf Raschika aufpassen und natürlich müssen wir aufpassen, dass der Kruse mit seinem Buddy Harnik uns nicht irgendwie blöd spielt, ja, aber alles andere, Leute, das geht, aber die Eintracht muss das annehmen und die Chancen einfach konsequenter nutzen. Marvin, du hast es schon richtig angesprochen, ganz am Anfang beim Freiburg-Spiel, das Problem war ja, dass das Pressing ein bisschen gefehlt hat, so dieser letzte Kampf, dieses, ich bin geil auf das Spiel, ich muss jetzt hier heute drei Punkte mitnehmen und das muss einfach kommen und dann hast du Bremen normalerweise auch gut im Griff, gerade Spieler wie ein Kruse, dem musst du auf den Füßen stehen, der darf gar keinen Schritt machen, dann ist er, wenn der nicht ins Laufen kommt, dann bringt der auch nicht viel. Deshalb, also ich denke schon, dass da gut was gehen kann. Das Schöne wäre halt, entweder durch einen schönen Stand, in Führung zu gehen oder auch aus dem Spiel heraus natürlich, aber ich glaube, Basti, du hast es vorhin auch schon angesprochen, wenn du das Spiel, wenn du da 1-0 in Führung gehst, glaube ich, könnte das ein Selbstläufer werden. Wenn du natürlich 1-0 zurückliegen solltest, dann wird das schwer, kalter Tag, es läuft nicht so richtig oder dann werden die Beine noch schwerer, dann ist Pressing noch schwerer. Dementsprechend, ich hoffe wirklich, dass wir aus der Kabine kommen und rennen die einfach ein, die Büffelherde sofort das erste Tor macht und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja. Ja. Wir müssen allerdings auch aufpassen, dass wir die Standards auch sauber verteidigen, weil ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, das Siegtor in der Hinrunde von Bremen war halt auch so ein blöder Standard. Ja, also, da musst du vielleicht dann auch nochmal ein bisschen aufpassen. Ja, habt alles Richtige gesagt, wenn wir und Danke! Wie immer! Da bin ich mir sehr sicher, dass Adi Hütter die Mannschaft da entsprechend auf die Gleise setzen wird, dass die da wesentlich stärker in das Pressing gehen werden. Er hatte ja auch angedeutet nach dem Freiburg-Spiel, dass ihm das alles nicht so richtig zugesagt hat. Das ist auch gut so. Ja. Das ist auch gut so, dass uns da nichts verkauft wird, von wegen, ja, Winterpause ist schwer und blablabla. Ja, das fand ich auch. Es gibt ja immer diese präventive Abwehrhaltung, die gibt es ja in allen Vereinen immer, dieses, ja, das nächste Spiel ist so schwer, man darf die Gegner nicht unterschätzen, blablabla. Der hat einfach gesagt, ey, wir haben 2-3-1 gewonnen, das war scheiße. Aber geil ist, wir haben auch schon fucking 30 Punkte, das ist auch mal gut. Also ich meine, wie oft sind wir in die Rückrunde gegangen, haben gesagt, da kommen jetzt noch ganz schön viele schwere Gegner und die Punkte müssen wir erstmal bekommen. Wir haben jetzt schon 30, wir sind gut dabei, wenn ich mir die Tabelle angucke, könnte ich mir die jeden Tag auf dem Popo tätowieren, lass uns doch alles nett und so wird es weitergehen. Ich glaube, wenn der Eintracht wirklich diesen Kampf annimmt, dann wird es auch gegen Bremen gut. Aber es ist natürlich nicht einfach, aber das ist ein machbarer Gegner, gerade in dem, was noch kommen wird, musst du auch gegen Bremen halt auf jeden Fall mindestens einen Punkt mitnehmen. Bevor wir zur Punkte und Tippverteilung kommen, nachdem ihr jetzt bei den anderen Punkten schon so viel Recht hattet, dürft ihr euch jetzt nochmal an der Aufstellung versuchen. Ich mache es euch mal einfach, Trab im Tor ist, glaube ich, safe. So, jetzt dürft ihr. Naja, auf jeden Fall noch 10 Spieler. Ja gut, hinten ist eh wieder klar, brauchen wir eine Fimperkette, Standard. Ja, Abraham Hasebe, der... Oder der Guzman durch die Sperre von Fernandes dürfte sich auch von selbst aufstellen. Ja, das war es, oder? Also ich würde sonst nichts ändern. Jo, dann hast du vorne wieder unsere drei. Unter Dreieck. Unter Dreieck. Basti, du sagst, du siehst nach wie vor Rebic nicht als Zehner, würdest ihn aber da trotzdem dann wieder spielen lassen. Ja, aber wen sonst? Giacinovic ist ja noch nicht richtig fit. Schwierig. War es auch schon. Was ist denn mit Toro? Der ist noch nicht fit genug für die Guzman-Position, ne? Ne, der ist noch nicht mein Mannschaftstraining, also das wird auch einen Monat dauern. Mindestens, ja. Überhaupt schön, wieder auf dem Platz zu sehen, das ist ja schon mal ein Fortschritt, dass du merkst, okay, da bewegt sich wieder was. Ja, ich bin mal gespannt, so ein bisschen das Dark Horse für mich Patience hier, bei dem ich noch nicht genau weiß, er sitzt wenigstens mal auf der Bank, gewöhnt sich an die Frankfurter Temperaturen, aber auch da muss man halt sehen, ich will das eigentlich schon mal mir angucken, ja, und ich hoffe, dass der irgendwann mal seine Chance bekommt, muss jetzt nicht gleich hier sein oder nicht von Anfang an, aber so perspektivisch würde ich das schon geil finden. Ja, definitiv, dass du auch mal einen von denen vorne irgendwie im Jahr 60. rausnehmen kannst, so ein bisschen zu chillen, weil, wie gesagt, wir haben ja Donetsch schon angesprochen, Kharkiv, die Reise steht bevor, da muss man ja auch mal ein bisschen haushalten, wir hoffen, dass es auch noch weiter geht, ja, aber ansonsten ist es momentan auch so ein bisschen Mangelsalternativen, würde ich sagen, also, wie gesagt, Kharkiv scheint mir noch nicht ganz fit für die Position hinter den Spitzen, also von daher müssen sie drei das machen und ich ertrag das auch, um René, deine Frage noch ein bisschen zu spezialisieren, ich ertrag das auswärts auch besser als zu Hause, weil du auswärts öfter in Umschaltsituationen bist als zu Hause, du bist auswärts, wenn du die drei hast, kannst du einen schnellen Konter damit einleiten, dass du den Ball auf Haller spielst, er hält den und kann links oder rechts auf Rebic oder links ablegen nicht, wo Rebic in vielen Spielsituationen in enge Situationen kommt, wo er dann Steckpass spielen müsste, kann er aber nicht, weil er eine sehr, sehr hohe Übersetzung hat, er hat eine sehr, sehr hohe Übersetzung in seinem Spiel, das hast du bei seiner Chance gesehen, als er diesen Übersteiger macht, das sind alles keine Mario-Götze-Move, sondern das ist sehr grob, was er macht, aber auch mit viel Power, aber das ist für einen Zehner für mich, ich sehe das nicht als ideal an, aber für auswärts kann ich das leicht ertragen, weil sich da viel, viel mehr, ja du gerade vielleicht sogar in Bremen viel, viel mehr Platz haben könntest, vielleicht wo Rebic dann auch mal auf die Außen ausweicht mit Jovic und so, von daher, ja, ist ein guter Punkt, dass du da viel mehr in diesen Umschaltsituationen bist, ja, stimmt. Und Rebic hat dir auch wieder gezeigt, das ist ein geiler Spieler, der hat wieder Bock, der ist auch heiß, den kannst du auch jetzt nicht rausnehmen, der hat genug gesessen. Nee, erstens das, und das Ding ist halt auch, nachdem jeder irgendwie geschrieben hat, er nicht bei drei auf den Bäumen war, dass jetzt irgendwie Rebic so heiß ist, mega Vorbereitung, bla bla bla, ja, ich gebe da immer relativ wenig drauf, aber was ich auf dem Platz gesehen habe, hat es auch wirklich bestätigt, das ist halt geil und da habe ich Bock drauf, die Jungs, die wollen, wenn ich mir die Instagram-Stories ansehe und dann schaue ich, ah ja, guck mal hier, keine Ahnung, irgendwie gab es so, das hatten wir in dieser Europa-Cup-Gruppe, Basti, wo irgendwie Kevin Trapp irgendwo hingeguckt hat und irgendjemand hat gefragt, wo er denn hinguckt und er hat Rebic, oder wovon er gerade träumt, da hat Rebic drunter geschrieben, Champions League, also die Jungs sind geil und das ist super, ja, das können die doch auch, das ist doch vollkommen, das muss man denen doch zugestehen, dass die halt sagen, ja geil, weißt du was, wir wollen so weit wie möglich und natürlich ist es ein bisschen spaßig, aber bei dem Rebic, da ist auch ein bisschen Ernsthaftigkeit dahinter, bei den anderen auch, lass die gehen, wie geil ist, dass wir jetzt schon Spiele haben, die irgendwie 13 Tore in 16 Spielen gemacht haben mit Luka Jobic, ja, Sebastian Allaire, der in 18 wichtigen Spielen 10 wichtige Tore gemacht hat, auch ein geiler Typ für mich Sebastian Allaire, meine Fresse, was bin ich froh, dass wir solche Spiele diesen Kalibers mittlerweile in Frankfurt sehen, das muss man auch immer wieder betonen, jede Woche, jede Woche sagen, ey, das muss man auch mit dem großen Löffel essen, weil die werden nicht mehr so lange alle zusammen hier sein, das was gerade ist, wir werden uns wirklich auch, glaube ich, in 5 bis 6, 7, 8, 9, 10 Jahren trotzdem noch an diese Leute erinnern, weil das wirklich Spielhaft sind von, ja nicht nur für uns, ey, also man muss ja mal hochrechnen, das ist ja nicht für uns in Frankfurt, das ist ja krass, das ist für die Bundesliga schon spektakulär, dass du drei geile Stürmer hast, das ist wirklich außergewöhnlich und wir in Frankfurt erst recht, wir hatten ja auch schon echt viele Graupen da vorne rumspielen und jetzt haben wir so drei geile, wo wirklich der Trainer selbst sagt, ich kann fast keinen von denen draußen lassen, die müssen spielen, wir wissen, dass im Sommer mindestens einer von denen gehen wird, deswegen genießen, genießen, gerade wenn die alle drei treffen und Haller ist für mich trotzdem, Haller momentan schwebt da für mich trotzdem über den anderen beiden so ein bisschen, er ist für mich der MVP gerade so ein bisschen. Ja, ist extrem wichtig fürs Spiel, zeigt sich immer wieder. Ja, dann, Ergebnisfrage, Herr Basti, jetzt warst du gerade so im Fluss, leg mal vor. Ich sage, es geht 2-2 aus. Zurückhaltender Optimismus oder Pessimismus. Ich finde mich schon fast euphorisch, ich muss mal sagen, zwei Tore anstatt eins, ist schon doppelt so viel wie letzte Woche. Marvin. 2-0. Okay. Bleibe optimistisch. Mit deinem Standard-Tipp. Marvin, Ruder hat letzte Woche was anderes gekriegt, ein Recht gehabt. Ja, ich hatte 3-0 letzte Woche gesippt, damit war ich ein bisschen. Schäm dich mal bitte, René, wie weit du da nebengelegt hast. Ja, es ist absolut fürchterlich. Ich lerne, ich lerne aus meinen Fehlern und sage deswegen, das wird ein 4-1. Ui, okay. Dennis. Ich sage, ein 1-0 für die Eintracht. Hervorragend. Dann schauen wir doch da nächste Woche, wer da wie viel Recht hatte an der Stelle. Normalerweise würde an dieser Stelle unser Dummschwät seit der Woche kommen. Da allerdings ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähnlich wie die Eintracht, ein bisschen zurückhaltend beim Pressing war, ihr auch so ein bisschen zurückhaltend, was die Nominierungen angeht. Auch mal ganz angenehm. Was auch echt nicht verkehrt ist, wenn es mal eine Woche weniger gibt, würde ich sagen, wir haben keine Not. Das ist etwas, das ist auch nächste Woche noch gut. Wir heben uns das auf und dann haben wir vielleicht eine Chance. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sich die nächsten Tage dann noch aus der Deckung wagen wird. Ist mal so eine Idee. Aber was wir bekommen haben, ist eine gute Tat der Woche und da haben wir ebenfalls einen Jingle für. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Und bei der guten Tat der Woche haben wir dieses Mal etwas, was uns der Benedikt geschickt hat und zwar, Basti hat das vorhin schon angedeutet, wir haben momentan unschöne Temperaturen draußen vor der Tür und der englische Erstligist Crystal Palace hat sich gedacht, da schaffen wir mal ein bisschen Unterstützung und bietet Obdachlosen die Möglichkeit, in einer Loge seine Stadions zu übernachten und stellt ihnen da nicht nur Betten, sondern auch gleichzeitig Essen und Getränke und Waschmöglichkeiten zur Verfügung und das finde ich einen ordentlichen Move. Kann man echt nur einen Hut vorziehen, sagen von wegen, hey, wir haben das Ding sowieso. Da ist unter der Woche jetzt nicht so viel los. Komm, mach auf das Ding, könnt ihr rein, könnt ihr übernachten. Finde ich eine sehr schöne Aktion und auf jeden Fall erwähnenswert. Sehr gut. Hättet ihr noch etwas, was wir neben unserer Hörerbenennung stellen wollen oder schließt ihr euch dem einen an? Gute Aktion. Nein. Ich finde es aber super. Schöne Nominierung. Vielen Dank, Benedikt. Nö, hab sonst eigentlich jetzt nichts. Dann gehen wir. Über den Prinz haben wir ja schon gesprochen. Genau, der Prinz ist eine Empfehlung. Das heißt, damit kommen wir quasi zur nächsten Kategorie. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Wir empfehlen euch, guckt euch mal ein paar Barcelona-Spiele an. Das sollte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Unterhaltungskarakter haben. Unterhaltungskarakter sollte vielleicht auch der Eintracht-Film haben, also der ja bald auch kommt in die hessischen Kinos. Und ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, ja, jub die Ding dong. Gibt es ein bisschen Gänsehaut. Ja. Ab 4. Februar, ne? 4. Februar ist quasi öffentliche Premiere. Gestern Abend war ja schon Premiere mit Schön geladene Gäste. Wir waren nicht dabei. Wir hören, wir hören, wir hören. Wir hören, wir hören. Wir hören, wir hören. Wir hören, wir hören. Also irgendwas ist auch gar nicht so ganz korrekt. Ich hatte das kurze Video-Interview von Peter Fischer vorhin beim Hessischen Rundfunk gesehen. Grüße. Ja. War da schon sehr emotional. Ich musste schon schwer schlucken. Ich glaube, das ist, wenn du den Film siehst, noch irgendwie zweimal schwieriger. So wie ich das vorhin verstanden habe auf Twitter, ist auch mittlerweile irgendwie so viel Nachfrage nach den Kinokarten, dass sie da jetzt irgendwie schon weitere Termine veröffentlicht haben. Und das Ding ja auch nicht nur wie ursprünglich geplant im Kinopolis zu sehen wird, sondern auch noch in Name vergessen, Kino in Darmstadt, auch ab dem 4.2. Wie wäre es denn, wenn man Kino mitten in Frankfurt ausgewählt werden würde? Das fände ich ganz toll. Warum? Warum denn? Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Mitten in Frankfurt, das wäre natürlich nichts. Nee, das kannst du halt. Geht zu weit. Das ist, was du denkst. Ja. Du machst es hier zu einfach, Basti. Gut, man könnte jetzt auch auf meiner Couch gucken. Ich hätte auch kein Problem mit. Aber ich finde geil, ich muss mal gucken, wo ich überhaupt hindüse, weil, naja, wenn es nicht in Frankfurt ist und ich kein Auto habe, naja, müssen wir mal gucken, wie das geht. Aber grundsätzlich geile Kiste und Trailer brutal. Oh ja. Finde ich eine smarte Angelegenheit. Ich habe schon wieder so ein paar Negativstimmen von volkserwöhnten Bayern-Fans gehört. Was? Ja, ist mir auch egal. Warum? Na ja, gut, weil die denken, oh ja, einmal den Pokal gewonnen, jetzt können die Filme mitmachen. Ja, kann man so sehen. Ja, aber auch nur, weil mit den Kackpratzen keiner einen Film drehen will. Die sollen sich nicht so anstellen. Nee, einen Film mit Thomas Müller müsste ich mir jetzt auch nicht angucken. Nee, was willst du denn da machen? Zwei Stunden wie Jammer oder was? Aber viel besser, genau, fokussieren wir uns nicht auf das Negative der anderen, sondern auf das Positive der unsrigen. Und ich glaube, die haben da auch echt smart was hinbekommen, wenn ich mir alle den Trailer angucke. Also das sieht schon auch nach einer hochwertigen Produktion aus, muss man sagen. Jo, jo, jo. Das definitiv. Also das sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch so ein Ding ist, was man sich auch mehrmals im Jahr anschauen wird. Ich weiß gar nicht, ist doch auch, glaube ich, geplant, dass der danach dann auch auf Medien zu kaufen sein wird, oder? War das nicht so der Plan? Alles andere wäre fahrlässig. Ja, glaube ich aber auch. Ich meine ganz ehrlich, wenn du die Rechte dafür hast, aber ist ja blöd, wenn wir das nicht machen. Ja, ja. Gut. Von daher, ich wollte jetzt nur nochmal mein Gedächtnis da. Ich gehe fest von aus. Ich gehe fest von aus. Ja, das deckt sich mit meinem, mit meiner Wahrnehmung. Dann haben wir noch eine Hörerempfehlung bekommen oder eine Empfehlung von einem Hörer, Hörerin, und zwar von Sonny2k1. Ah, ja, größer. Kanada wohnt er mittlerweile, ne? Genau. Und zwar verweist er auf einen Artikel beim Deutschlandfunk, wo es um ja das Thema Zuschauerzahlen geht. Der Artikel steht unter dem Titel Der Selbstbetrug bei den Zuschauerzahlen. Es geht hauptsächlich um das Thema No-Show-Rate bei Dauerkartenbesitzern, dass man ja quasi sehr oft irgendwie sagt, ja, so und so viele Karten verkauft, aber das halt irgendwie nicht so richtig mit reinrechnet und sich da so ein bisschen selbst irgendwie ja, bescheißt. Und dass der Zuschauer schon dann vielleicht doch größer ist, als man vielleicht so nach außen hin tut. Ja, ist sicherlich richtig. Meine Wahrnehmung ist, dass man auch momentan irgendwie nicht so wirklich den, hatten wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert, den Stadion-Fan vielleicht gar nicht mehr so sehr im Fokus hat, sondern eher so auf diese ganzen Fernsehfans abzielt. Halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Ist auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel, kann man sich mal durchlesen. Ich hau den Link dazu mal in die Shownotes und dann kann man ja vielleicht in den Kommentaren sich dazu nochmal so ein bisschen austauschen. Hättet ihr denn noch weitere Empfehlungen? Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Empfehlung und zwar für den neuen Ringfuchs-Podcast, der morgen auskommt. Warum wusste ich das jetzt? Ja, tut mir leid. Also es ist gefühlt eine der rundesten Ausgaben, auch wo ich noch nicht geschnitten habe. Lass mich raten, ich will das Thema raten, Royal Rumble. Oh ja, es geht generell um den Royal Rumble, so ein bisschen die Geschichte, aber auch so ein kurzer Überblick auf das, was am Sonntag passiert und ich glaube, jeder, der noch nicht gehypt ist, wird spätestens danach sein. Okay, also auf jeden Fall noch vor Sonntag hören, das ist die Botschaft dahinter. Okay, also wenn ihr hiermit durch seid und wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, dann ist das auch nicht mehr so ewig lange hin, kann ich jetzt schon mal spoilern, dann switcht ihr danach zum Ringfuchs und hört euch da die neue Folge an, die, wenn diese Folge hier raus ist, auch erschienen ist zum Royal Rumble und dann könnt ihr euch da nochmal ein bisschen Hype abholen. Genau. Ich empfehle auch ein Buch, weil der noch nicht genug hat, ich habe ein Buch gelesen letztens und zwar behandelt das die Karriere von Sebastian Vollmer, der bei den New England Patriots gespielt hat in der NFL, ein deutscher, das ist von Dominik Hechtler geschrieben, das heißt German Champion, die Geschichte meiner NFL Karriere. Da muss man nicht mal ein NFL Fan für sein, weil ich bin in dem Thema NFL gar nicht so krass mehr drin wie früher, habe jetzt natürlich, gucke ich mir Playoffs und so an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein krasser Experte im Football wäre, gucken wir es aber an, aber das ist schon mal sehr, sehr, sehr interessant zu dieser Karriereverlauf zu verfolgen, wie es in so einem Team zugeht, gerade in Football-Teams, wo ja noch mal viel mehr Spieler sind als in Fußball-Teams, wo es viele verschiedene Dings gibt, wie wieder mit Spielern umgegangen wird und das Krasse, was mir im Gedächtnis geblieben ist bei diesem Buch, du fragst dich halt teilweise beim Lesen, wie der Typ überhaupt noch leben kann, bei seinen ganzen Verletzungen und allen Sachen, die er hat und dann irgendwie tatsächlich drei Seiten später sieht, er hat aber dann drei Tage später wieder gespielt und Football ist jetzt wirklich kein entspannter Sport, würde ich mal sagen, das ist schon einigermaßen kurios und führt dazu, dass ich mich frage, was der heute macht, ob der überhaupt irgendwie noch laufen kann oder nicht, also das ist schon sehr, sehr übel, hat mich sehr, sehr beeindruckt auf jeden Fall das Buch. Okay, krass. Passt gerade, Kurs vom Super Bowl kann man sich das mal durchlesen. Ist ja eine anhaltende Debatte, also auch gerade, wenn du das so ansprichst, wie er es überhaupt überleben konnte, Verletzungen, Concussions, wie man damit auch klarkommt, ist ja ein ganz, ganz großes Thema, auch im Football, auch wenn ich da nicht hundertprozentig drin bin, auch etwas, was uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen näher begleiten wird. Ja, gerade, genau, das ist, also das hat, wie gesagt, noch einen Bezug, das gab ja diese Diskussion, gibt es ja Gott sei Dank jetzt ein bisschen öffentlicher als die NFL, das in den letzten Jahren probiert hat, aber es ist schon teilweise echt heftig, was die Leute sich zutrauen, auch unter finanziellem Druck, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt nochmal durchziehe, kriege ich vielleicht einen neuen Vertrag und kriege dadurch wieder viel, viel mehr Geld, aber, also ein Beispiel, was ich nennen kann, er hat ja gemeint, dass ihm irgendwann mal aufgefallen ist, da überlegt euch das mal, mir ist dann zufällig aufgefallen, dass meine linken beiden Finger 90 Grad nach rechts baumelten, ich mir denke, ich glaube, das würde ich früher merken, also, Meinst du? dann hat er sich die irgendwie vom Spiel zusammen getapet, weil die nicht strappig, also das ist schon echt übel, was der teilweise hat, wie er dann nachts nicht pennen kann und so, und das ist schon, also, man hat sich ja einiges vorgestellt, aber das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht, naja, wie gesagt, spannend, kann ich empfehlen, auf jeden Fall, dieses Buch, auch wenn ich selber mit Football nicht so viel zuhabe, okay, sehr schön, du hast nicht mit viel mit Football zu tun, wenn ich deinen, wenn ich deinen Twitter-Account checke, dann sieht es aber anders aus, ich habe ja gesagt, Playoffs schaue ich, ich bin so eine typische, wie so ein Handball-Fan bin ich beim Football, wenn so was geht, schaue ich mir an, du bist Handball-Fan? Nein, ich bin, ich bin wie so ein Handball-Fan, ich habe gesagt, wenn Playoffs sind, schaue ich es mir an, aber ich würde niemals von mir behaupten, dass ich ein NFL-Experte bin. Aber um den Hass, um den Hass so ein bisschen hochzuhalten in Sachen Handball, habe ich Basti letztens einen Tweet geschickt, den ich sehr lustig fand, rhythmische Sportgymnastik mit Ball ist interessanter als Handball, Grüße, fand ich ganz lustig. Aber da ist, wir haben ja jemanden hier, der das ein bisschen anders sieht, Dennis, ich schweige, ich schweige, ja nein, das interessiert mich schon, auf jeden Fall, klar. Aber ich schaue, auch nicht nur WM, EM, sondern auch Liga, dementsprechend, das ist nochmal was anderes, aber eben das sage ich. Wie Moderator, ich habe gedacht, nein, aber Dennis, das interessiert mich jetzt, jetzt habe ich endlich mal jemanden, den ich da fragen kann, wie ist das denn, gehen dir dann, wie das bei uns Fußballfans auch so ist, gehen die dann diese Leute, die jetzt da in dem, Ja. Gehen die die auch auf den Sack? Ja, okay, das freue ich mich. Also wenn ich mir immer angucke, auch wenn du die Einspielungen, was für Fans dann dort im Stadion sitzen, normalerweise, ich wäre auch gerne hingefahren, es war wohl teilweise tatsächlich auch gar nicht so einfach, Karten zu bekommen, die Hallen sind ausverkauft, die waren ja jetzt in Köln und Berlin, also es scheint ein großes Interesse da zu sein, aber ob da jetzt immer so die tollsten Fans sitzen und die, die wirklich das nicht nur als, ach wie interessant, ich gucke mir jetzt mal ein Handballspiel an, sondern euphorisch mitfiebern, das ist dann doch die größere Frage. Also ich finde es ein bisschen, es ist schon nervig, es ist schon auf jeden Fall, wie du sagst, ist schon, wenn du normalerweise dich mit der Thematik ein bisschen auskennst und dann Leute da nach dem Spiel gefragt werden, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, sondern nur, ja, die haben toll gespielt, das ist eine Auslage in Deutschland, genau, ja, danke, danke dafür, also das Ganze komplett vergessen. Ja, super. Das ist auch eine Debatte, die mich nervt, wir haben jetzt keine Dummschützer-Kategorie, aber diese Debatte, die auch von vielen Zeitungen aufgemacht wird, dieses Ausspielen gegen Fußballfans, also diese, jeder zweite Satz ist so von wegen, da ist so eine tolle Stimmung, da ist keine Pyro, da sind keine Gewalt, da ist keine... das ist ja total eklig. Was wollt ihr denn, lasst es doch beides existieren, mein Gott, Alter, das ist doch, was soll dieses Angegreifen vom Fußball immer, selbst wenn sowas ist, dieses, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich stöße das eher ab, was ich da in dieser Halle sehe, mit diesen Schlagermusik und diesen Stadionsprechern, die da reinbräulen und so, das ist ja, so eine Kirmes, kann ich überhaupt nichts mit anfangen und finde diese Debatte echt lächerlich, dieses ständige Handballer sind viel härter als Fußballer, Handballer viel cooler, Handballfans sind auch cooler und die sind voll friedlich und das sind Familien, ist alles so toll, ja ganz ehrlich, wenn jetzt alles so toll ist, dann soll doch jeder zum Handball gehen, da frage ich mich, warum bei Lemko gegen Obergummersbach nicht so viele Leute sind, wenn das doch so toll ist, das verstehe ich dann halt nicht, ich will es ja niemanden nehmen, aber dann würde ich es auch gerne sehen, dass die sagen, okay der Fußball, ich kann nicht mehr zum Fußball gehen, weil es zu gefährlich ist, dafür gehe ich zum Handball, ja dann mach es auch und sei still, so das will ich, also das ist ja in Ordnung, der Handball ist ja da, können gerne die ganzen Manfred 33 aus dem Fagel-Mationalmannschaft, können gerne alle zum Handball gehen, den Fußball in Ruhe lassen. Das Einzige, was man noch sagen kann, Basti, ist, du hast natürlich hier eine gewisse, gewisses Klientel, was du immer anziehst mit sowas, aber gerade auch beim Handball ist natürlich schon sowas, was schon einen gewissen Reiz und eine Attraktivität auch hat, ist, die Spieler haben noch Bock, weil es nicht so über, ja ich sag mal, überreizt ist, die deutsche Nationalmannschaft, das geht einem ja wirklich mittlerweile auf den Sack, die Spieler haben teilweise überhaupt keinen Bock mehr zu spielen, die sind über, Warum ist das so? Warum das so ist, das ist glaube ich, weil so diese Aufmerksamkeit nicht so überhypt ist wie beim Fußball, beim Fußball ist irgendwie, die Spieler sind es gewohnt, in großen Stadien zu spielen, die verdienen eh ein Schweinegeld, hier gibt es dann, was weiß ich, eine Siegprämie von 50.000 Euro und das ist für die so viel, wie sie im ganzen Jahr verdienen, so ungefähr mal übertrieben gesagt, also das ist einfach noch ein ganz anderes Niveau, das ist niedriger eingestiegen, dadurch haben die Spieler auch mehr Bock, dann ist auch noch, in Anführungszeichen, eine Ehre für Deutschland zu spielen, da ist ja manchmal die Diskussion auch in der deutschen Nationalmannschaft, was ist das überhaupt für ein Scheiß, warum spielen da die, die überhaupt keinen Bock haben, die wollen sich eh nur ins Schaufenster stellen, um dann irgendwo international vielleicht eine Fußballkarriere im Vereinsfußball zu finden, das fehlt halt beim Handball, das macht es vielleicht ein bisschen attraktiver, weil es einfach alles ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer ist, aber ich finde es auch total bescheuert, den Vergleich Fußball, Handball, das funktioniert überhaupt nicht und kann nur hinken und dementsprechend, beides hat seinen Reiz für mich zumindest. Genau, ja. Das ist doch das Beste, das ist doch super, also weißt du, was ich meine, das ist doch genau so, so soll es ja eigentlich sein, das schlägt sich ja nicht aus, ich finde diese Überhitzung halt echt nervig und was da auch so ein bisschen Abwehrreflex bei mir irgendwie ausgelöst hat, wo ich dann auch irgendwie denke, ey, was ist los? Also kann ja sein, man kann ja dann auch denken, okay, was da im Fernsehen transportiert wird, so, ja, das ist so eine Megastere, ich finde das, ja, ich weiß nicht, also mich turnt das nicht an, wenn ich das sehe, ich kann das nicht schauen, aber es ist ja auch nicht schlimm, aber dann dieses, wie gesagt, dieses ständigen Artikel, heute gingen auch zwei rum, wo irgendwelche hanebüchenden Sachen stehen, gerade dieses, was weiß ich, da sind noch Fans, die textsicher und voller Inbrunst Nationalhymne singen, willst du mich verarschen, Alter, jetzt wäre das was Gutes, wo dann, ach, keine Ahnung, das ist alles so, und keine Pyro und so, was, ganz ehrlich, was soll das, warum muss mir einer erzählen, das ist ganz toll, das ist keine Pyro, ja, es gibt von vielen Lebensbereichen, wo es keine Pyro gibt, so in Ordnung, Ah, der Supermarktkasse zum Beispiel, habe ich letzte Woche auch keine gesehen, sehr gut, guck mal, vielleicht sollte man mehr in den Supermarkt gehen, vielleicht sollte man auch mehr Pyro in den Supermarkt mitnehmen, das könnte es auch ein bisschen entspannter machen, weiß man, aber ich, aber ich finde es halt echt gut, dass der Dennis auch nochmal das aufgemacht hat, weil ich meine, selbst jahrelang Handball gespielt, auch eigentlich eine große Faszination für gehabt, gleichzeitig immer mit ins Stadion gegangen, also es ist nicht einfach, es ist totaler Bullshit, die Sachen gegeneinander zu stellen, sondern es ist eher das eine und das andere, das eine macht man vielleicht eher aktiv, gerade wenn man aus einer eher handballbegeisterten Hochburg kommt, ja, und das andere macht man dann passiv oder so, es kann wunderbar nebeneinander existieren, ohne ins gleiche Konfliktfeld zu geraten, aber es ist immer so, du hast natürlich weniger zu schreiben, wenn du genau das so formulierst, wie wir das jetzt formuliert haben, sondern es ist natürlich besser, wenn du die Gegenseiten gegeneinander aufbringst und ein bisschen mehr Scheiße miteinander machst. Die Hütte brennt, genau. Produziert halt überhaupt keine Klicks und das ist ja leider, das haben wir ja auch schon oft genug bemängelt, dass das halt quasi so, das ist, wo man das Gefühl hat, das ist das, was einzig und allein noch zählt, keine Inhalte, keine vernünftig recherchierten Beiträge mehr, sondern es geht einzig und allein um die Klicks. Oh, jetzt hast du aber was gesagt, ja, aber jetzt hast du aber was gesagt, dann muss ich noch ein, ja, muss ich noch was empfehlen und zwar den wunderbaren Beitrag von Sascha Lobo letzte Woche schon. Oh ja. Die Medienkritik geäußert, war einer der besten Beiträge, den ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ja. Lesen eher. Nicht nur angeguckt. Haben wir auch durchgelesen. Genau. Der war echt großartig. Den hauen wir auch nochmal in die, in die Sendungsnotizen und wenn wir schon gerade bei dem Thema Klicks sind und vorhin haben wir es noch bemängelt, dass die Eintracht den Abgang von Carlos Sascha Lobo noch nicht fix gemacht hat. Jetzt ist es vorbei. Just in dieser Sekunde bestätigt die Eintracht, da haben sie festgestellt, da haben sie festgestellt, dass einer irgendwie nicht auf den Knopf gedrückt hat, bestätigt damit den Abgang von Carlos Salcedo zu den Tigris. Damit ist das Thema auch durch und all die Spekulationen, die hier vorhin im Chat waren, dass die Eintracht gleichzeitig mit dem Abgang auch einen Zugang verkünden wird. Tja, hatte der nicht recht, lieber Chat. Wo ich aber zum Beispiel nicht recht hatte, und das muss ich nochmal ganz kurz anführen, ich hatte nämlich genau diese Spekulation im Dezember ins Reich der Fabel verwiesen, dass Salcedo irgendwie doch jetzt wechselt, trotz der Tatsache, dass er nachdem er im Winter erst den Vertrag verlängert hat und so weiter und so fort die Eintracht gekauft hat. Hätte ich nicht gedacht, kann man aber auch mal sagen, habe ich falsch gelegen, denn sie haben es gemacht. Okay, so ist es. Gratulation, Glückwunsch an Salcedo und viel Erfolg. Viel Erfolg. Alles Gute. Danke für die vielen Spiele hier und für den Einsatz und man sieht sich ja immer zweimal auch im Fußball. Pokalsieger halt. Pokalsieger halt. Ja. Von da an geht es nur noch zum 1. FC Barcelona. Nee, ohne 1. Nur FC Barcelona. Der 1. FC Barcelona. Der 1. FC Barcelona aus Köln. Nee, war was anderes. Es franzt hier gerade ein bisschen aus. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier langsam, aber sicher mal Richtung, Ausgang uns bewegen. Wir wünschen euch da draußen eine schöne Restwoche. Wie gesagt, diese Woche kein Dummschwärzer, weil uns da so ein bisschen Nominierungsschwund und uns vielleicht auch mal wirklich gut tut, in der Woche nicht so viel Kappes erzählen zu müssen. Vielleicht habt ihr ja bis nächste Woche wieder was. Wir wünschen allen denen, die am Samstag nach Bremen fahren, viel Spaß, viel Erfolg, bringt Punkte mit. Hört euch alles das an, was wir empfohlen haben. Lest alles das, was wir empfohlen haben. Schreibt uns reichlich Kommentare, Feedback, was auch immer. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. 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 Hey! Es kann die新聞 von Hey! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.